Stadteingang Elbbrücken, Stadtwerkstatt, es geht darum, dass der weitere Schritt einmal vorgestellt werden soll. Es gab im November schon eine Veranstaltung, wo etliche Entwürfe vorgestellt wurden. Es wurde dann weitergearbeitet und es wurde eine Auswahl getroffen und diese Auswahl soll Ihnen heute weiter präsentiert werden. Also die Diskussion geht weiter, aber eben auch die Planungen gehen weiter. Wir hatten heute Morgen schon eine Pressekonferenz zum Brückenbau im HafenCity-Gelände rüber zu Rotenborgs Ort, die vorgestellt wurde. Also an verschiedenen Ecken und Enden hier in dem Gebiet wird entsprechend geplant, gearbeitet, gebaut und mittlerweile auch schon viel gewohnt. Wir haben im Grunde drei Blöcke für Sie heute. Der erste Block ist ein Informationsblock, das heißt der aktuelle Stand der Planungen wird Ihnen vorgestellt von den Planerinnen und Planern, unter anderem auch von Herrn Oberbaudirektor Hönig, von Herrn Professor Bruns-Berntelk. Danach haben wir eine kurze Pause. Nach der Pause haben wir einen Block, nennen wir es mal Blitzlichtkommentare, aus den unterschiedlichen Bereichen, zum Beispiel vom Bezirk, aber auch von den Anwohnerinnen und Anwohnern, von der Vettel etc. Und danach haben Sie, und das ist dann der dritte Block heute, Gelegenheit, Fragen und Antworten zu bekommen, Fragen zu stellen, Antworten zu bekommen. Insgesamt ist vorgesehen da ungefähr eine Stunde, also von 18 Uhr an in etwa. Ich komme jetzt noch zu einer weiteren Besonderheit von heute. Wir sind nicht nur hier live, sondern wir haben heute auch einen Stream. Das heißt, die Veranstaltung wird auf YouTube gezeigt und jeder hat die Gelegenheit, dort das Zuhause zu verfolgen. Wir haben darüber hinaus ein Beteiligungstool, Sly.do. Ich weiß, vielleicht kennst du jemanden. Das heißt, über dieses Tool kann jede Person, die zuguckt im Stream oder auch hier oder drüben im Zelt, Fragen stellen. Die Fragen können Sie wiederum liken als Teilnehmer oder Teilnehmerin. Das heißt, die Fragen, die dann am meisten geliked wurden, rutschen nach oben. Und wir können dann entsprechend die Fragen, die ganz oben sind, in diesem Fragen-und-Antwort-Teil auch nochmal hier stellen. Also auch die, die zu Hause uns zugucken, können diese Fragen mitstellen. Gibt es hier im Raum jemanden, hier im Foyer, der nicht im Stream erscheinen möchte? Im Zweifelsfall ja sowieso nur mit dem Rücken und dem Hinterkopf, aber gibt es trotzdem jemanden, der sagt, nein, möchte ich nicht? Da müssten wir dann nochmal durchtauschen, aber sehe ich nicht. Gut, vielen Dank. Ja, soweit zu meiner Vorrede. Ich habe eine letzte Frage und zwar habe ich schon angedeutet, es gab im November eine Veranstaltung, Stadtwerkstatt zum Stadteingang Elbbrücken. Mich würde nochmal ganz kurz interessieren von denjenigen, die jetzt hier im Raum sind, wer war denn bei dieser Veranstaltung dabei? Einmal kurz mit Handzeichen, bitte. Okay, das sind, wenn ich das so weit überblicken kann. Da hinten sehe ich leider nicht rein, aber hier zumindest in den beiden Zellen ungefähr die Hälfte der Person. Das heißt, wir müssen nicht immer ganz weit von vorne anfangen, können also schon ein bisschen auf was aufbauen. Herzlichen Dank von meiner Seite jetzt erstmal. Ich bitte nun die Frau Senatorin Dr. Stapelfeld um ein kurzes Grußwort. Bitteschön. Ja, vielen Dank. Sehr geehrter Herr Professor Bruns Berntek, sehr geehrter Dr. Kleinow, sehr geehrter lieber Herr Höhing, unser Oberbaudirektor. Herzlich willkommen zu dieser Stadtwerkstatt hier in der Ballinstadt und ein herzliches Willkommen auch denen, die diese Veranstaltung per Internet verfolgen. Ich freue mich über das große Interesse an der Zukunft dieses vielleicht reizvollsten Stadteingangs, den Hamburg zu bieten hat. Das ist reizvoll deswegen, weil das Überqueren der Elbe mit Blick auf die Elbphilharmonie und in einigen Jahren ja auch auf den Elbtower, die Ankommenden auf eine besondere Art und Weise auf unsere Stadt einstimmt. Viele Reisende, die nach Hamburg kommen, teilweise mit dem Flugzeug und aus der Vogelperspektive beeindruckt sind von der Größe des Hafens, von dem vielen Grünen in unserer Stadt, die das sozusagen gut sind und diesen Eingang hier kennen, der noch nicht das Reizvolle, über das wir heute diskutieren wollen, was noch zu entwickeln ist, sehen, haben vielleicht einen etwas anderen Eindruck. Manchmal wirken ja die Gebiete heute, über die wir diskutieren wollen und auch informieren wollen, noch nicht so einladend, wie sie einmal sein sollen. Es ist wahrlich ein rauer Ort, der freundlicher und auch besser nutzbar gemacht werden sollte. Über die Geschichte dieses Teils von Hamburg und die grundsätzlichen Überlegungen dazu berichten gleich im Anschluss Herr Professor Bruns-Berntegg und der Oberbaundirektor Herr Höhing. Wir sprechen dabei über lange gewachsene Strukturen, über den Strukturwandel, den in der einen oder anderen Art alle Metropolen erleben, sowie die sich ändernden Ansprüche an eine Millionenstadt des 21. Jahrhunderts. Vor etwas mehr als einem Jahr präsentierten uns drei Planungsbüros Vorstellungen, wie dieser Stadtraum künftig aussehen könnte. Davon haben uns die Entwürfe des renommierten Hamburger Architekturbüros GMP International am meisten überzeugt. Dessen Ideen für das 43 Hektar große Planungsgebiet werden heute ausführlich vorgestellt und natürlich auch anschließend zur Diskussion gestellt. Und ich freue mich sehr, dass zum einen Herr Marte vom Bezirksamt Hamburg-Mitte dabei sind und auch Herr Gabani von der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft. Sie beide werden dazu Stellung nehmen. Und ich freue mich auch ganz besonders, dass wir mit Frau Hoffmann und Frau Frank-Wolgers zwei Vertreterinnen der Stadtteilbeiräte Vettel und Rotenburgs Ort dabei haben, die auch sozusagen Raum haben für dann Fragen und Anmerkungen. Im Anschluss, meine Damen und Herren, haben Sie das Wort. Hier im Saal versteht sich aber auch natürlich über die digitalen Kanäle. Das wird dann noch sozusagen erläutert, wie das funktioniert. Ihre Fragen und Kommentare an den Moderator Herrn Birzer werden so weitergegeben und fließen in die Diskussion mit ein. Und von mir der sehr herzliche Wunsch, von wo immer Sie uns zuschauen und zuhören, beteiligen Sie sich gerne an der Diskussion. Ihre Rückmeldung ist uns sehr wichtig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Hamburg verändert sich. Das hat unsere Stadt immer schon getan. Und sie hat sich über die Jahrhunderte zu einer der attraktivsten und ja auch wirtschaftlich erfolgreichsten Großstädte Europas entwickelt. Doch diese Veränderungen wollen gestaltet sein. So wie wir den Wohnungsbau nicht dem Markt allein überlassen und im Zusammenspiel mit der Wohnungswirtschaft Zehntausende neue bezahlbare Wohnungen in Hamburg geschaffen haben. So zielgerichtet und sorgfältig gehen wir bei der Entwicklung neuer Viertel und ganzer Stadtteile in bestehenden oder neu zu schaffenden Siedlungsgebieten vor. Ob sie nun Mitte Altena heißen, Grasbrook, nebenan oder Oberbillwerder. Dabei achten wir stets darauf, Hamburgs Charakter als lebenswerte Metropole zu bewahren und zugleich bei steigender Einwohnerzeit den ebenfalls wachsenden Bedürfnissen Rechnung tragen. Also zum Beispiel nach bezahlbarem Wohnraum, leistungsfähigem Nahverkehr, guter Bildung und ansprechenden Kultur- und Freizeitangeboten, um nur einige wenige Themenfelder zu nennen. Und wenn man diese letzteren benennt, dann geht es ja auch immer um den sozusagen guten Anteil von schön gestalteten Freiflächen, die grün sind. Und all das gilt auch für den Stadteingang rund um die vier Brücken über die Norderelbe. Hier soll ein funktionales und ansprechendes Gelenkstück der wachsenden Stadt entstehen, das allen Ansprüchen moderner Stadtplanung entspricht. Wertvolle Bestände sollen integriert, Zugänge zum Wasser und Grünräume sollen gestärkt und neue sollen geschaffen werden. Insbesondere sollen Rotenburgs Ort und die Veddel stärker mit dem nördlichen Hamburg verbunden werden. Das erfordert langfristiges Denken, die Zusammenarbeit über Ressortgrenzen hinweg und ebenso einen lebendigen Prozess der Beteiligung aller an Hamburg Stadtentwicklung interessierten Bürgerinnen und Bürgern. Wenn wir heute darüber sprechen, wie wir den Stadteingang an den Elbbrücken neu gestalten und wie wir damit einen Teil Hamburgs wesentlich verbessern können, der sich noch nicht so von seiner schönsten Seite zeigt, dann geht das nicht ohne das Wissen derer, die sich lange und gründlich damit beschäftigt haben. Wertvoll sind nicht zuletzt auch die Erfahrungen und natürlich die Vorstellungen der Menschen aus Rotenburgs Ort und auf der Veddel und selbstverständlich auch aus der übrigen Stadt. Ihre Ideen bekommen Raum und werden angemessen gewürdigt im Sinne eines transparenten und so gestalteten Dialogs. Gegen Ende des Jahres legen wir einen Rahmenplanentwurf für dieses Gebiet zunächst dem Senat und dann der hamburgischen Bürgerschaft vor. Ab dem kommenden Jahr wollen wir konkretere Schritte angehen, die aller Voraussicht nach unter anderem überarbeitete Bebauungspläne erforderlich machen. Und all dies verlangt natürlich von allen Beteiligten einen langen Atem. Wir sprechen über einen Planungs- und Entwicklungsprozess, der uns wohl noch über das ganze Jahrzehnt und darüber hinaus beschäftigen wird. Und schon daran ist abzulesen, dass wir nichts überstürzen. Hier geht wie überall Sorgfalt vor Tempo. Diese Maxime gilt auch für die Beteiligungsangebote im Rahmen der heutigen Veranstaltung. Viele Aspekte wollen nicht nur verstanden, sondern ja auch in Ruhe bedacht werden. Darum haben Sie, meine Damen und Herren, von heute an gerechnet, vier Wochen Zeit und Gelegenheit, sich über die Internetseite billebogen.de zum Stadteingang Elbbrücken zu Wort zu melden. Dass alle geäußerten Ideen und Wünsche sozusagen eins zu eins später einmal umgesetzt werden, das kann ich gar nicht versprechen und will ich auch nicht, zumal nicht in einem so frühen Planungsstadium. Ich kann Ihnen aber versichern, dass jede qualifizierte Äußerung wahrgenommen wird und wir werden diese als wertvolle Anregung ernst nehmen, so wie wir das bei allen anderen Stadtentwicklungsgebieten in den vergangenen Jahren, wie ich finde, auch erfolgreich gemacht haben. Für heute danke ich erstmal allen herzlich, die zum Gelingen dieser Stadtwerkstatt, Stadteingang Elbbrücken beigetragen haben und weiter beitragen. Und danke auch an Sie alle, dass Sie sich die Zeit nehmen, um heute hier dabei zu sein. Ich wünsche uns einen wirklich spannenden und natürlich inspirierenden Nachmittag. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Frau Senatorin, für die einleitenden Worte. Nun geht es ein bisschen ins Detail, das heißt, es geht um die Planungen und es geht um die thematische Einordnung und ich bitte Herrn Höhing, der ist schon hier vorne, und Herrn Professor Bruns-Bernteig hier heute für die Billibogen-Entwicklungsgesellschaft einmal nach vorne, um diese Statements hier abzugeben. Herr Höhing, die Regie hat gesagt, Sie sollten hier stehen und Herr Professor Bruns-Bernteig bitte hier. Also zunächst nochmal will ich mich anschließen an den Dank von Frau Stapefeld. Das ist alles andere als selbstverständlich, dass hier das Haus voll ist unter diesen Zeiten. Das finde ich ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Wir haben ja vorhin so eine kleine Probeabstimmung schon gemacht, Herr Bierzer. Wer war schon mal dabei? Wer ist jetzt ganz neu dabei? Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Es ist Freitagnachmittag. Das Kleingedruckte machen wir nachher. Ich will Sie nochmal so ein bisschen abholen. Wo sind wir? Warum machen wir das eigentlich hier? Weil eigentlich, ich darf jetzt glaube ich drücken, eigentlich ist das ja alles schon gebaut. Die Stadt ist da vermeintlich schon fertig. Und das sind gleichwohl die Lagen, mit denen wir uns nicht nur hier am Stadteingang an der Veddel in Rotenburgsort in den kommenden Jahren, 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren beschäftigen, sondern das sind die Lagen, wo Stadtentwicklung stattfinden wird. Und das ist alles andere als einfach. Das ist nicht die grüne Wiese. Das finde ich gut, dass wir nicht so oft auf die grüne Wiese gehen, sondern alles das, was wir so an Bedarfen haben, an Nachfragen, an Veränderungsnotwendigkeiten, das muss in der bestehenden Stadt stattfinden. Und die sieht an einigen Stellen dieser Stadt so aus. Und das verlangt vielleicht auch ein etwas anderes Vorgehen, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben, nämlich nicht nur die Addition von einzelnen Projekten, sondern es braucht, ich nenne das immer so ein bisschen salopp, so eine Art von Drehbuch, es braucht eine Vorstellung, wie sich diese Räume in einem langen Zeitraum so schrittweise verändern können. Und das haben wir begonnen im letzten Jahr, weil wir den Eindruck hatten, wir kommen mit diesen Einzelprojekten nicht immer ganz weiter. Uns fehlt selbst als Planer hier und da so eine Art Maßkette, an dem wir das messen, was da richtig und sinnvoll ist und möglicherweise auch nicht sinnvoll ist. Und deshalb haben wir gemeinsam beschlossen, über Ressortgrenzen hinweg mit den Kollegen von der Bildebogengesellschaft zu sagen, wir versuchen nochmal in größeren Zusammenhängen uns das anzuschauen und nochmal Maß zu nehmen, wohlwissend, dass das ein langer, langer Prozess wird. Und das sozusagen ist dieser Raum, mit dem wir uns beschäftigt haben, von der Veddel nach Norden gedacht, Rotenburgs Ort, was ja ehrlicherweise noch so ein bisschen an der Straße kauert und vielleicht auch nicht der Stadtteil war in den zurückliegenden Jahrzehnten, der mit besonderer Aufmerksamkeit vielleicht bedacht wurde. Es gibt im nahen Umfeld eine Vielzahl von einzelnen Projekten und die mal zusammenzudenken und der Frage nachzugehen, was haben die eigentlich jeweils miteinander zu tun und in welchem räumlichen Zusammenhang stehen die und wie verbinde ich die erstmal auf dem Bild alle ganz nah beieinander liegenden Orten, aber dann doch gefühlt ziemlich weit voneinander entfernt. Also das ist die Aufgabenstellung gewesen, ein paar Bilder, die ziemlich beeindruckend sind und diese Lagen erinnern einen ein bisschen an eine Geschichte von Milan Kundera, der ein oder andere kennt das ja, dieses unendliche Leichtigkeit des Seins heißt das, glaube ich, oder die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, wo so ein Liebespaar durch New York geht und irgendwie feststellt, die letzte Art von Schönheit, das ist die, die nicht geplant war. Und das ist ein bisschen hier so, man geht da durch, durch diese Lagen und sozusagen ganz nah in unmittelbarer Zusammenhang findet man die ungewöhnlichsten Dinge und die verschneiden sich auch zu Bildern, die schon auch ziemlich einzigartig hier in Hamburg sind und die auch ziemlich beeindruckend sind. Natürlich ist auch der Verkehr und die Verkehrsbelastung ziemlich beeindruckend auf dieser Straße, aber diese Maßstäbe und dieser Raum, der sehr stark von diesen Infrastrukturen geprägt ist, ist schon was Besonderes, ohne dass man das jetzt glorifizieren muss, weil darin bilden sich auch ein Stück weit Haltungen zur Stadt, zum Städtebau, zum Freiraum ab, die auch ein Stück weit ihre Halbwertszeit vielleicht jetzt schon erreicht haben. Und dann gibt es diese unglaublichen Panoramen, die es in Hamburg an vielen Stellen gibt, aber diese weiten Blicke, die schon was Besonderes sind, diese großen Infrastrukturen, die sich da auf einmal mit dem Wassertreffen im Wasser spiegeln, also das muss man auch sagen, das sind auch Eindrücke, die es so nur an wenigen Stellen gibt. Und dann gibt es Orte, da muss man gar nichts machen. Also es ist beileibe nicht die Vorstellung, dass wir jetzt hier alles schön geschleckt machen, sozusagen alle Spuren auswischen, sondern ganz im Gegenteil, es gibt so Lagen, da muss man eigentlich dafür sorgen, dass da nichts passiert. Also die gibt es eben auch und dann gibt es andere auch, also so finden wir das eigentlich ziemlich gut. Und deshalb haben wir die Planungen auch sozusagen daraufhin nochmal befragt. Und dann gibt es diese Orte, der eine würde sagen, das sind Unorte, aber es sind schon auch starke Orte hier in dieser Stadt und da ist es laut und da machen wir es auch gar nicht kuschelig, aber mit diesen Lagen muss man, glaube ich, die muss man in einen Zusammenhang stellen und daraus was machen. Und dann gibt es die Veddel, so als ganz starkes Statement, 300 Meter vom Wasser entfernt, aber noch nie in die Elbe geschaut. Davor so Flächen, die ihre angestammte Rolle verloren haben, sehr stark vom Verkehr geprägt, unmittelbar in Angrenzung an den kleinen Grasbruch, der da entstehen soll. Also eine ziemlich isolierte Lage und mit der muss man sich beschäftigen. Dann gibt es unter Denkmalschutz stehende Kleinode, die man ein bisschen übersieht, wenn man nicht genau hinschaut und dann raucht und dampft es, wenn man nach Hamburg reinkommt. Diese Industrie, die wir eigentlich aber auch ziemlich toll finden da und die wir auch da gar nicht verdrängen wollen, die muss in ein Konzept irgendwie mit hineingedacht werden und das ist alles andere als trivial. Und dann gibt es diese Infrastrukturen, die es vielleicht in dieser Form nur in Hamburg gibt, nämlich diese Schleusen, die fast wie Kathedralen da, bis dato noch ein bisschen unentdeckt in diesem Raum schlummern und dann gibt es so Kleinode, ich weiß gar nicht, wer von Ihnen da jemals gewesen ist, so nicht Reststücke, aber so Landschaftsbestandteile, die aber sehr isoliert sind, kaum erfahrbar sind. Und dann sind wir an einem Ort, wo unglaublich viel schon passiert ist, an einem Hotspot, wenn man so will, der Stadtentwicklung der nächsten, Frau Stapelfeld hat das gesagt, zehn, zwanzig Jahre, wer könnte das heute schon so ganz genau sagen. Und in diesem Raum haben wir gesagt, wir müssen das mal im Zusammenhang anschauen, nicht nur sozusagen die einzelnen Teile, sondern im Zusammenhang. Das ist ungefähr der Umgriff, den wir uns im letzten Jahr vorgenommen haben. Das ist viel früher auch schon immer wieder gedacht worden, der Blick nach Osten in diesem Konzept, also für den Hamburger Osten, bitte das nicht alles sozusagen wörtlich nehmen, aber ich will nur sagen, das hat schon auch einen planerischen Vorlauf und immer wieder ist mit einem etwas anderen Blick da drauf geschaut worden. Dann gibt es für einzelne Teilbereiche, wie dem Huckepack Bahnhof, schon Planungen, die relativ weit schon vorgedacht sind, das eine oder andere ja auch schon konkret umgesetzt ist. Dann gibt es einen neuen Stadtteil, der auf den Plänen schon so ein bisschen Gestalt angenommen hat, aber in den kommenden Jahren erst diesen Raum erobern wird mit Versprechen, einen großen neuen Park nicht nur für die Neuen zu machen, sondern auch für die Vettel ein Angebot zu formulieren. Und wir haben dann gesagt, darauf setzen wir ein Testplanungsverfahren an mit diesen unterschiedlichen Bereichen, die ich jetzt gar nicht im Detail beschreiben will. Wir sind mit fünf Büros gestartet, haben dann auf drei reduziert. Diese Planungen sind Ihnen vorgestellt worden und ich will das jetzt keine Sorge, gar nicht akribisch mehr machen und auf den ersten Blick sehen die auch irgendwie ziemlich ähnlich aus. Das ist in Teilen auch so. Sie haben sich immer mit diesem Gesamtraum beschäftigt und eben für Teilbereiche dann doch auch ziemlich unterschiedliche Vorschläge gemacht. Es gab ja so eine Idee, Teile dieser Wasserflächen wegzunehmen, die baulich zu nutzen. Das fanden wir, glaube ich, alle nicht so richtig überzeugend und haben das dann auch mal beiseite gelegt. Sie erinnern sich an das schöne Foto vorhin, was dann leider nicht mehr vorhanden wäre. Was wir aber ziemlich toll fanden und alle drei Teams das gemacht haben, wir brauchen nicht nur eine bauliche Weiterentwicklung, sondern wir müssen aus diesen rudimentären Elementen, teils Infrastruktur und teils grün, was schon da ist, wir müssen daraus einen starken neuen Park machen, der auch ein Stück weit den Charakter dieses Gesamtgebietes vielleicht ausmachen will. Also daran haben wir festgehalten. Und dann gibt es andere Ideen, bestimmte neue Infrastrukturen da landen zu lassen, sage ich mal. Davon haben wir auch ein Stück weit Abstand genommen an diesem Standort. Und dann gibt es sozusagen andere Bereiche, wo wir schon gedacht haben, da kann man auch mit einer gewissen Dichte und Kompaktheit bauen. Alle, die diese historischen Bilder von Rotenburgs Ort noch im Kopf haben und da will ich jetzt gar nicht romantisch verklärt auf historische Zeiten schauen, Rotenburgs Ort war mal ein unglaublich städtischer Stadtteil, auch mit einer markanten baulichen Struktur und das ist heute in Teilen wirklich ja nur noch rudimentär da. Und unsere Idee ist jetzt schon auch weiterhin, diesen Stadtteil näher an die Stadtrand zu bringen, über diese Straße rüber zu springen, Autobahnohren wegzunehmen und da auch eine bauliche Entwicklung in Gang zu setzen. Dann gab es sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie man mit der nördlichen Fädel umgehen kann. Das war so ein Bild. Es gab ein anderes Bild, die Fädel eher in dieser Logik, die sie hat, auch weiterzubauen. Daran haben wir weiter nachgedacht. Wir haben diese verschiedenen Quartiere nochmal etwas genauer beschrieben, womit sich einzelne Planungsbüros jetzt beschäftigen sollten. Und dann gibt es nicht nur schöne Pläne, sondern es gibt an manchen Stellen schon etwas Konkreteres. Das haben wir ja heute Morgen noch vorgestellt. Es geht eben nicht nur ums Bauen, es geht auch nicht nur ums Freilassen, sondern es geht ums Verbinden, ums Verbinden und ums Verbinden. Und eine dieser ganz kleinen Strecken, die da notwendig sind, das ist der Sprung in den Park hinein nach Rotenburgs Ort. Und da gibt es jetzt mittlerweile sozusagen einen sehr schönen Entwurf, zu dem vielleicht hat uns Bernd hier gleich auch nochmal ganz kurz was sagt. Soweit der Stand der Dinge. Wir haben in den letzten Monaten sehr intensiv, teilweise über endlose Videokonferenzen, teilweise aber auch bei uns im Hause am Modell darüber nachgedacht, wie diese einzelnen Teilbereiche sich jetzt weiterentwickeln könnten. Vielleicht eine kleine Bedienungsanleitung für das, was Sie gleich hören. Sie brauchen ein bisschen Geduld, weil das so unglaublich komplex und kompliziert ist und man das jetzt nicht in zehn Minuten erklären kann. Es geht um verkehrliche Fragen, es geht um technische Fragen, es geht auch um Lärm in diesem sozusagen lauten Raum und wir wollen Sie da mitnehmen, wir wollen Sie heute auch ein bisschen schlau machen oder auf den Stand bringen, den wir mittlerweile uns auch teilweise mühevoll erarbeitet haben. Nehmen Sie das gleichwohl nicht alles wörtlich. Es sind jetzt überhaupt keine fertigen Pläne. Manches sieht noch ziemlich holprig und holzschnittartig aus. Also haben Sie nicht den Eindruck, dass das jetzt alles schon genauso werden soll. Es ist ein Bericht, wenn man so will, aus der Werkstatt. Und insofern sollten Sie auch überhaupt keine Hemmung haben, das eine oder andere auch zu kritisieren oder zu hinterfragen oder auch ziemlich gut schon zu finden. Also vielen Dank, dass Sie alle da sind. Meine Damen und Herren, wenn man diese poetischen Aussagen, so wie Herr Höhing sie formuliert hat und dann darüber nachdenken muss, irgendwann muss ja mal gebaut werden, da zögert man ja beinahe, Herr Höhing, irgendetwas zu machen. Dennoch ist das die Aufgabenstellung und ich will das ein ganz klein wenig deutlich machen an dem Bild, was eigentlich im Hintergrund die Intention ist, in was diese Überlegungen zum Stadteingang an den Elbbrücken eingebettet sind. Und ich will es nur noch mal deutlich machen. Herr Höhing hatte es ja an den bildmächtigen Plänen und Bildern gezeigt. Wir haben natürlich auch Orte zu schaffen für Menschen, für Beschäftigte und für Bewohner. Und Sie sehen, wenn wir hier über den Billebogen sprechen, auch den Grasbrug in der Umgebung, so sind das eine erhebliche Zahl von Wohnungen und Bewohnern, die kommen werden. Wir haben eine erhebliche Zahl von Beschäftigten, die zusätzlich in diesen Räumen Platz finden können in dieser poetischen Landschaft. Ich will es nur noch mal deutlich machen, denn das Bauen ist manchmal kein Selbstzweck. Wenn man Herrn Höhing so hört, könnte man sagen, man könnte es einen nicht so lassen. Aber nein, man könnte es sagen, Herr Höhing. Aber natürlich wollen wir das auch nicht, sondern wir wollen schon einerseits die Qualitäten von Stadt verbessern. Auf der anderen Seite geht es auch darum, Arbeitsplätze zu schaffen. Und dies ist in sehr starkem Maße ein Ort für Arbeitsplätze, weil der Lärm um Toast ist. Tatsächlich ist das gesundheitsgefährdend, in vielen Bereichen zu wohnen. Und auf der anderen Seite dort, wo gewohnt werden kann, auch zu wohnen. Daran wollte ich natürlich noch mal erinnern, wir ringen auch darum, eine angemessene Dichte, eine angemessene Nutzungsvielfalt, eine angemessene Körnigkeit in der Stadt zu schaffen. Und in diesem Prozess, und das ist ja ein Prozess, Herr Höhing hatte schon gesagt, es ist noch nichts fertig festgelegt, sind wir im Grunde genommen dabei, neben den Stadträumen, die ich eben gezeigt habe, in denen die östliche Hafencity weitgehend fixiert ist, aber der Grasbruch noch gar nicht und das, was im Billebogen stattfindet, auch noch nicht dabei, einerseits ein Planungsverfahren aufzulegen. Und wir sind jetzt ungefähr dort, wo steht Rahmen- und Funktionsplanung beauftragt durch die B-Werk, durch die BSW, durch die Bokea und einige kleinere Planungsverfahren laufen hier. Aber woran ich erinnern will, falls Sie die Frage stellen, wie hängt das mit den anderen Gebieten zusammen? Und es läuft gleichzeitig eine Funktionsplanung, quasi so der detaillierte Masterplan für den Grasbruch und auch das stellen wir ja im November dann schon einmal in den Zwischenergebnissen vor. Also es gibt eine Gleichzeitigkeit der Veränderung der jeweiligen Orte, die sich abbildet und es wurde schon gesagt durch Frau Dr. Stapelfeld, irgendwann hoffen wir Ende dieses Jahres sozusagen einen Plan zu haben, der geeignet ist, dann auch in B-Pläne umgesetzt zu werden, dann auch in Grundstücksanhandgaben, die dann wiederum in Wohnungen münden, in Arbeitsplätze münden, aber natürlich auch möglicherweise in kulturelle Aktivitäten und vieles andere mehr, was sich in einem sehr komplexen Stadtkontext abbildet. Ich will aber auch nur nochmal deutlich machen, dass wir, auch wenn es coronabedingt etwas schwieriger ist, diesen Prozess immer als einen Dialog verstehen, deswegen auch diese Veranstaltung, nämlich Formen der Beteiligung, der Information, des Gedankenaustauschs zu finden, die mit diesem Planungsprozess einhergehen. Und es wird nicht die letzte Veranstaltung sein heute. Es wird sicherlich die Möglichkeit geben, auch das Ergebnis viel stärker zu diskutieren. Und dann gibt es sicherlich informelle und formelle Beteiligungsverfahren, die dann mit dem B-Plan-Verfahren aber auch zeitgleich weiterlaufen. Das heißt, wir sind auf Ihre Unterstützung angewiesen. Sehr viel detaillierter in bestimmte Teilgebiete, in bestimmte Fragestellungen, in bestimmte Themen zu gucken. Das heißt, wir haben heute nicht eine endgültige Festlegung dessen, was tatsächlich geschieht, sondern das ist ein Trittstein, ein wichtiger zwar, aber es ist ein Trittstein der weiteren Entwicklung. Herr Höhling hatte es vorgestellt und wir haben hier tatsächlich nur, in Anführungsstrichen, einen Ausschnitt aus den Aufgabenstellungen. Und wir haben diese Aufgabenstellung noch einmal in drei Teilräume gegliedert. Das wird noch einmal sehr deutlich werden, auch in der Darstellung der Planer. Aber der wichtige Schritt war die Verbindung zwischen dem, was nördlich der Elbe geschieht und das, was auf der Vettel Nord geschehen kann und gleichzeitig dann die Überlegungen zu untermauern mit entsprechenden Überlegungen aus einem integrierten Mobilitätskonzept. Denn die Strukturen, die überwiegend in Nord-Süd-Richtung verlaufen, bedürfen einer Komplettierung, einer Unterbrechung, einer Durchbrechung durch andere Strukturen, die die Stadtteile integrierbar macht. Und wenn wir jetzt, und das ist nur ein abstraktes Bild, uns tatsächlich mit dieser wunderbaren heterogenen Nachbarschaft befassen, dann geht es nicht darum, tatsächlich diese Heterogenität zu vernichten, aufzubrechen. Das Bestehende tatsächlich in den Hintergrund zu drängen. Sondern es geht darum, natürlich die Heterogenität zu erhalten, aber auch im Kontext dieser Heterogenität auch die Nutzbarkeit von Flächen zu erhöhen. Flächen auf der einen Seite grüner zu machen, auf der anderen Seite sie der Bebauung zuzuführen und damit auch die Zielsetzung zu erfüllen, Arbeitsplätze und auch Wohnungen im Zentrum, im innersten Bereich der Stadt, wo es große Infrastrukturen gibt, wo es die S-Bahn gibt, wo es die U-Bahn mittlerweile gibt seit ein paar Jahren, wo auch im nördlichen Bereich die S-Bahn-Station modernisiert wird, dort Menschen in einem neuen Kontext, der weiterentwickelt ist, tatsächlich Arbeitsmöglichkeiten und Wohnmöglichkeiten zu schaffen, aber eben auch Freiraummöglichkeiten. Herr Höhling hatte den Begriff der Verbindungen verwandt. Also die Heterogenität soll erhalten bleiben. Aber wir wollen Verbindungen schaffen, Verbindungen im Sinne des Austausches, aber nicht im Sinne der Homogenisierung. Und das ist wichtig, dass Stadt eine solche Heterogenität erhält und die Möglichkeiten der jeweils unterschiedlichen Orte einen Beitrag zur gesamten Stadt, aber auch zum intelligenten Austausch in den Nachbarschaften leisten. Und insofern werden Sie später auch sehen, dass die Lösungen für die jeweiligen Orte sehr unterschiedlich sind. Die Ideen sind aus den Orten heraus entwickelt und nicht sozusagen der radikale Versuch, tatsächlich möglichst viel neu zu bauen und in diesem Gedankengut eine vollständige Überformung zu generieren. Was aber als Grundidee bei dieser Heterogenität erzeugt werden soll, ist, dass ein großes Maß an Stärkung von grünen Achsen, aber auch an Verbindungen erzeugt werden soll. Und Sie sehen das hier später nochmal in einer anderen Form. Wir haben begonnen heute Morgen mit der Vorstellung der Brücke zwischen HafenCity, Entenwerder, also Rotenburgsort, aber eben auch anderen Verbindungen, beispielsweise dem Tunnel unter der Güterumgehungsbahn und der Brücke über die Bille, die letztendlich auch eine Verknüpfung zur Alsterschaft über einen Grünzug, der in einigen Bereichen erst neu definiert werden muss. Dies ist ein ganz wichtiger Schritt, ist bereits sozusagen als ein Planungsrückgrat etabliert, das muss man schon sagen, steht auch gar nicht mehr zur Diskussion, ist aber ein wichtiger Hintergrund dieses gesamten Transformationsprozesses. Und natürlich sind es auch die Fragestellungen der Verbindungen in Ost-West-Richtungen entlang des Pilhorner Röhrendamms oder beispielsweise direkt an den Elbbrücken mit den Radrouten einer Verstärkung, die tatsächlich entsteht. Und später wird nochmal was dazu gesagt werden, welche anderen Ost-West-Verbindungen wir gedacht haben, damit die Integration von Rotenburgsort, der Westteil und der Ostteil tatsächlich besser wird. An der Frage haben wir uns ein ganz kleines bisschen in einem Punkt die Zähne ausgebissen, aber das wird nochmal später erläutert werden. Und Sie sehen auch, dass neben den Brücken, die in diesem Zusammenhang entstehen, natürlich auch neue Potenziale entstanden sind durch die neuen verkehrlichen ÖPNV-Verbindungen. Das ist das Ergebnis, was wir heute Morgen haben vorstellen können. Schleich, Bergemann und Partner zusammen mit GMP haben einen zurückhaltenden, sehr eleganten Entwurf für eine Brücke zwischen der Hafencity rechts und Entenwerder links im Bild entworfen, 135 Meter lang und einen eleganten, für diesen Ort reduzierten Entwurf dargestellt, der im Hintergrund vor den Elbbrücken, die ja eher einen monumentalen Charakter haben, zeigen, dass es auf dieser Ebene sehr gute Entwürfe geben kann, ohne tatsächlich expressiv zu wirken. Wenn Sie unten links gucken, dieser elegante Schwung, der sich darstellt, über den Oberhafenkanal, das wird ein Vergnügen sein, über diese Brücke zu gehen, wenn sie 2023, zweite Jahreshälfte, fertiggestellt sein wird oder als Fahrradfahrer zu fahren, nahezu sieben Meter breit. Und der Verkehr wird natürlich auf der Bille und auf dem Oberhafenkanal nicht eingeschränkt, denn an der Bille gibt es immer noch Unternehmen, die zum Beispiel auf den Transport, auf dem Wasserwege angewiesen sind. Also keine reine Freizeitbrücke, sondern eben auch die Gewährleistung wirtschaftlicher Aktivitäten. Und die Vettel Nord auf der rechten Seite hier hat natürlich einen ganz wichtigen Fokus, aber sie in Richtung Norden, aber sie hat natürlich auch den in Richtung des Grasbrooks. Und einige, die sich in den Beteiligungsveranstaltungen zum Grasbrook engagiert haben, werden wiedererkennen, dass es auch hier um Verbindungen geht, um das Zusammenwachsen der Vettel, nicht nur im Nordteil, sondern auch eher im Südteil mit dem neuen Grasbrook. Ich neige eher dazu, mittlerweile die Ambition da hoch zu hängen und zu sagen, eigentlich müsste es ein Doppelstadtteil werden. Das ist vor dem Hintergrund sozusagen der Infrastruktur, der Distanzen eine schwierige Herausforderung. Aber wenn wir heute nicht über den Grasbrook sprechen primär, dann hat das nichts damit zu tun, dass wir den Grasbrook vergessen, sondern er wird mitgedacht, er wird gleichzeitig gedacht, er läuft nur in einem zeitgleich stattfindenden Planungsverfahren, damit man überhaupt eine Bearbeitungsfähigkeit erzeugen kann. Und dies ein Bild aus der Präsentationsphase des Grasbrooks mit einer starken Verknüpfung zwischen Grasbrook und Vettel. Das hat sich längst weiterentwickelt, aber ich will nur noch mal diese Idee deutlich machen. Wie geht es eigentlich weiter für den Stadteingang? Frau Dr. Stapelfeld hatte gesagt, es wird im Rahmen dieser Funktionsplanung und der Rahmenplanung unter Federführung der BSW, dann wird eine Drucksache erstellt, mit der der Senat eine Beschlussfassung herbeiführen wird. Und gleichzeitig werden die Möglichkeiten geschaffen, Grundstücke im öffentlichen Eigentum, das habe ich jetzt nicht noch mal wieder ausgeführt, tatsächlich für eine Bebauung zu mobilisieren. Einfach deswegen, weil wir mit den überdimensionierten Infrastrukturen im Stadteingang tatsächlich kein Zukunftsbild der Stadtentwicklung erzeugen können. Wir brauchen aber auch diese Infrastrukturen gar nicht. Und damit gibt es dann auch neue, zügige Möglichkeiten der Veränderung des Stadtbildes. Und auf der anderen Seite haben wir dann die politisch-planerische Umsetzung in Form von Bebauungsplanverfahren auf der Nordseite, gegebenenfalls auch auf der Südseite. Und die Anhandgaben sind die Optionierungsprozesse für Grundstücke, die dann tatsächlich für eine Bebauung herangezogen werden. Und ich mache das noch mal deutlich, es gibt auch eine immer weiter laufende Beteiligung. Also die Kollegen sowohl bei der BSW, also auch die bei uns im Haus, sind immer auch ansprechbar für Ideen. Und wir wollen diesen Prozess eines intensiven öffentlichen Dialogs weiterführen, so dass wir einen gemeinsamen Erfolg haben werden bei dem Durchdenken dieser komplizierten Orte, die dann zum Wohl Hamburgs, aber auch zum Wohl der Nachbarschaften ganz neue Qualitäten trotz Bewahrung der Heterogenität bekommen sollen. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Höhing, herzlichen Dank, Herr Professor Bruns-Bernteig, für diese thematische Rahmenbedingungen, die Sie hier gesetzt haben. Wir wollen jetzt in die konkreten Planungen einsteigen. Herr Höhing hat schon gesagt, ein bisschen um Geduld gebeten. Es dauert einfach auch, ein paar Sachen vorzustellen. Wir haben jetzt vier Planerinnen und Planer, die Ihnen jeweils ihre Teilbereiche entsprechend vorstellen werden. Das wird jetzt nochmal eine Viertelstunde, 20 Minuten in etwa dauern. Wenn Sie so lange noch ausharren, wäre das prima. Danach ist ja auch eine Pause. Dann bitte ich jetzt Frau Pasciani nach vorne. Die ist von GMP, Gerkamag und Partner. Dann Frau Monika Schenk von Hager Partner AG. Herrn Rotfuchs von Argus Stadt- und Verkehrspartnerschaft MbH. und Herrn Andreas Kachel von WES Landschaftsarchitekten. Sie wissen, wo Sie stehen sollten nach dem Regieplan. Und ich glaube, Sie fangen an, Frau Pasciani, wenn mich nicht alles täuscht. Bitte schön. Zwischendrin übrigens werden dann die Pointer auch desinfiziert. Und Sie kriegen sie jetzt auch wieder ganz frisch. Bitte schön. Vielen Dank. Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich hier in diesem Zusammenhang einmal den Entwurfstand des... Ups, jetzt ist der einfach umgesprungen. Ich bin mir nicht sicher, ob der angeschaltet ist. Jetzt scheint es zu funktionieren. Genau, im Zusammenhang mit dem Rahmenplan, den wir hier für dieses Gebiet des Stadteingangs Elbbrücken aufgesetzt haben und bearbeiten zurzeit, haben wir uns eingangs nochmal wieder neu die Frage gestellt, was ist hier eigentlich wichtig und richtig? Natürlich wollen wir einen gefassten Stadteingang, das Tor zur Stadt definieren. Das ist sicherlich im Vordergrund. Aber gleichwohl ist es an dieser Stelle genauso wichtig, eine städtische Lebensqualität an diesen Orten zu erreichen. Wie kann dies gelingen? Im Vordergrund, wir haben es im Vorfeld schon oft gehört, steht es Rotenburgsort und die Vettel, die momentan noch ein bisschen als Siedlungsinseln dastehen, unbedingt mit der Umgebung zu vernetzen, mit allen Mitteln, die uns da zur Verfügung stehen. Gleichwohl wollen wir wertvolle Bestandsgebäude in diesen Gebieten integrieren und bewahrten und aufwerten, damit eben die Identität der jeweiligen Orte bewahrt werden kann. Parks und Grünräume sollen gestärkt und besser vernetzt werden. Dafür sind eben der Billepark und auch der Deichpark im Veller Norden wichtige Bestandteile. Außerdem, in diesem gleichen Zusammenhang, ist es ebenso wichtig, das Wasser zugänglich zu machen, vor allen Dingen auch im Bereich der Bille, der momentan noch eher wie ein Geheimtipp dasteht. Hier sieht man eigentlich ganz schön den Zusammenhang, der sich da ergeben kann an dieser Stelle, eben mit dem Billepark. Entenwerder ist schon bekannt, aber auch der Veller Balkon, der Deichpark im Norden, der Vettel, sind wichtige Bestandteile, auch dieses Gebiet über den Grünraum besser zusammenzuziehen. Gleichwohl ist es, hier sieht man ganz gut auch, zum Beispiel oben der Grasbrookpark ist noch in der Planung, natürlich Entenwerder ist Ihnen sicher allen bekannt. Der Veller Balkon ist momentan zwar schon sehr grün und auch ein Naturraum, aber noch nicht wirklich erlebbar. Diesen gilt es eben zugänglich zu machen, genauso wie die Bille. Genauso wichtig ist es natürlich auch, das Infrastrukturnetz zu stärken an dieser Stelle. Der öffentliche Personennahverkehr ist mittlerweile schon deutlich gestärkt durch die neuen U- und S-Bahn-Haltestellen Elbbrücken. Auch in Richtung Grasbrook wird es eine neue U-Bahn-Haltestelle geben, aber auch die kleinteilige Vernetzung der Quartiere über zusätzliche Buslinien, die zum Beispiel die beiden S-Bahn-Haltestellen in diesem Gebiet direkt miteinander verbindet, sind in diesem Zusammenhang sehr wichtig. Mindestens genauso wichtig ist es aber natürlich auch, die Fuß- und Radwege zu stärken und dies vor allem auch über die Elbe hinweg. Dort gibt es mittlerweile schon länger natürlich Radwege, auch die Veloroute geht dort lang, aber diese Radspuren sind sehr beengt. Die müssen aufgewertet werden. Wir überlegen gerade, ob man es schaffen kann, auch auf beiden Seiten in beide Richtungen zu fahren. Also das heißt, den Weg deutlich zu verbreitern. Und aber auch genauso wichtig noch, vor allen Dingen für die Vernetzung der Stadtteile selbst oder innerhalb der Stadtteile sind die Freizeitwege, die noch zusätzlich hinzukommen können. Besonders im Bereich des Billeparks gibt es da Möglichkeiten, neue Orte zu entdecken. Auch genauso natürlich die Verbindung zum Grasbrook von der Vettel ist hier sehr wichtig. Hier sieht man ganz schön auf dem Bild oben rechts, das ist momentan der sehr beengte Weg, den die Veloroute an dieser Stelle nur hat. Wenn man es hier schafft, auszubauen, dann wird das eine deutlich bessere Verbindung, auch über die Elbe hinweg. Ja, es gilt also, das Tor zur inneren Stadt zu inszenieren, aber wie gesagt, eben auch vor allem lebenswerte Stadtteile weiterzuentwickeln. Dazu haben wir noch einmal eine genaue Unterteilung gemacht in drei Teilbereiche, die wir uns gleich im Nachgang nochmal detaillierter anschauen. Alte, dichte, neu gedacht, das ist eigentlich unser Schlagwort für die Billhorner Brückenstraße mit dem Billhafen, das heißt den Westen von Ruckenburgs Ort, den wieder zu einem echten Quartier zusammenzuführen und somit auch über die Billhorner Brückestraße hinüberzuführen in Richtung Innenstadt, HafenCity. Die Vettel vernetzen sicherlich Teilbereich 2 der Vettelernorden ein ganz großes Interessengebiet. Und ein ebenso wichtiger Bestandteil ist der Billepark im Norden, westlich von Rotenburgs Ort gelegen, der momentan eigentlich eher noch eine komplett vergessene Ecke Hamburgs ist, die man absolut aufwerten kann zu einem schönen, großen Park. Ja, anfangen möchten wir mit Teilbereich 1, Rotenburgs Ort, alte, dichte, neu gedacht. Man sieht hier schon im ersten Übersichtsplan, was uns wichtig ist. Der Stadtraum soll wieder stark gefasst werden, besonders natürlich die Einfallstraße, die Magistrale. Ich komme in die Stadt spätestens hier an und möchte das an dieser Stelle auch merken. Klare Fluchten und Draufkanten möchten wir hier eigentlich, wie man es unten links im Bild sieht, wie es vor dem Zweiten Weltkrieg hier einmal aussah, wieder aufnehmen, soweit es möglich ist, um einen klar erkennbaren Stadtraum zu schaffen. Oben links sieht man den aktuellen Zustand. Der ist sehr weit davon entfernt. Gleichzeitig sollen in die neu entwickelten Quartiere an dieser Stelle aber auch kleine Quartiersplätze eingefügt werden, um diese Dichte, die hier entsteht, auch kleine Zentren zu geben, wo man eben entsprechend sich treffen und vernetzen kann. Ja, durch diesen dichter werdenden Stadtteil ist es natürlich umso schöner und wichtiger, dass dieser Stadtteil im Osten wie im Süden einmal durch den Billepark, aber eben auch durch Entenwerder, durch wertvolle Grünräume, die Elbe selbst, die Bille, aber auch den Grünzug, der im Osten zu sehen ist, der Alsterbille-Elbe-Grünzug, der eben diesen Stadtteil auch weiter nach Norden, Richtung Alster, vernetzen kann. Genauso wichtig ist es aber auch, nicht nur die grünen Räune zu stärken, die erlebbar sind für die Bewohner und Anwohner und Besucher des Ortes, sondern auch die Einfallstraße selbst entsprechend grün zu gestalten. Das heißt, wir schaffen noch mehr Platz für noch mehr Bäume. Man sieht momentan den aktuellen Zustand, der ist geprägt allein vom Verkehr, von den Autos, die dort einfahren. Wenn man das flankieren kann entsprechend mit Bäumen, noch mehr Bäume, als da jetzt schon sind, ist das ein wichtiges Ziel. Ja, zur Nutzungsmischung kann man auch noch sagen, es soll hier jetzt nicht ein reines Gewerbegebiet entstehen, was man zunächst vielleicht vermuten könnte, aufgrund der hohen Lärmbelästigung an dieser Stelle. Nein, es ist uns besonders wichtig, die kulturellen Aspekte, die auch gerade jetzt westlich der Billhorner Brückenstraße in der Nutzung der Bestandsgebäude schon aufgesetzt sind, auch fortzuführen, kleinteilige urbane Produktionen einzuführen, Kreativwirtschaft, aber natürlich auch Gewerbeflächen. Und im Osten ist es aber auch sehr gut möglich, in den geschützten Lagen im Innern des Gebiets sehr viele neue Wohnräume zu schaffen. Jetzt kommen wir zu einem etwas schwierigen Bereich, der Billhorner Brückenstraße und wie man diese queren kann. Ja, dieses Thema wurde jetzt schon öfters angedroht, heute Nachmittag. Und es geht um die verkehrlichen Fragen. Ich denke, Sie können gut nachvollziehen, dass nicht alle verkehrlichen Fragen jetzt hier präsentiert werden können, sondern einige kleine, aber sehr zentrale Fragen. Weil einige größere hatten wir schon auch in der Vorbereitung des Workshops nochmal schon geknackt. Das bedeutet zum Beispiel die Autobahnohren und deren Infragestellung und mit den holländischen Rampen, mit Parallelrampen eben schon mal hier Räume zu schaffen, um dann tatsächlich auch einen Stadteingang organisieren zu können. Meine Aufgabe ist heute, ein, zwei kleine, diffizile Fragen, nämlich gerade die Billhorner Brückenstraße und ihre Trennwirkung einmal zu analysieren, zu gucken, was haben wir da für Möglichkeiten. Weil über die Vernetzung haben wir heute schon viel gehört. Und ich glaube, wir wissen alle, dass wenn wir Doppelstadtteile oder auch wenn wir nur Quartiere verbinden wollen über solche Infrastrukturmaßnahmen hin, dann müssen wir da sehr, sehr kleinräumig auch denken. Und deshalb ein ganz kurzer Blick. Die meisten kennen das. Die Billhorner Brückenstraße ist als Trennwirkung hier einmal dick in Grau dargestellt und hat ganz wenig Möglichkeiten zu queren. Die dann aber heute schon mit dem Billhorner Röhrendamm, dann weiter nördlich die Fußgängerbrücke, die nicht barrierefrei ist an der Bahn und weiter südlich ist eine uns verloren gegangen jetzt im Prozess, im Layout. Das ist nämlich die Radstrecke dann weiter, also die Veloroute 9 nördlich des Kanals. Aber auch die haben wir im Bewusstsein. Ganz wichtig ist die Brücke, die gerade Herr Professor Brunspermtheld genannt hat. Die sieht man jetzt da unten rechts. Das ist ein richtiges Verbindungsglied, nicht nur zum Park, sondern wenn wir dann weiter Richtung Rotenburgsort gucken, dann hat die eine Funktion, die HafenCity, Rotenburgsort und dann auch, und da komme ich jetzt zu hauptsächlich, und dann auch diesen ÖPNV-Standort, den wir dort geschaffen haben, noch mal zu stärken. Und wenn wir solche Analysen über Radwege und Fußwegebeziehungen machen, dann gucken wir immer erst mal, wo sind Schwerpunkte. Wir haben sehr viel über Freizeitwege, auch dann Alltagswege in den Quartieren nachgedacht, aber ich möchte einmal hier exemplarisch die Bedeutung und dann auch die Anbindung der U- und S-Bahn Elbbrücken für diesen Stadtteil darstellen. Weil Sie wissen alle, ab ungefähr dem Punkt, wo der Stadtteilplatz noch ganz bisschen weiter östlich, ab da gibt es dann tatsächlich die Beziehung zu der S-Bahn-Haltestelle Rotenburgs. Und insofern, hier dieser ganze Bereich ist heute in einem Einzugsbereich und es gibt keine vernünftige S- und U-Bahn. Jetzt ist diese neue hier entstanden. Und wie kommt man da hin? Was kann man da machen? Da gucken wir noch einmal die bestehenden Wegebeziehungen an und ich möchte Sie einmal auf diese rot gestrichelte hinweisen. Weil die liegt erst mal nahe. Wenn man Stadtstruktur anguckt, dann denkt man, Mensch, da könnte man vielleicht schon mal rüber. Nur wenn man da steht, dann denkt man schon mal, nicht ganz so eine gute Idee, beziehungsweise da fragen wir dann mal einen Verkehrsplaner oder eine Verkehrsplanerin. Und der wird dann erst mal still. Die dann natürlich auch. Und zwar geht es eigentlich darum, erst mal die Frage, wie kommen wir da rüber? Es gibt drei Möglichkeiten. Entweder unterdurch. Da haben wir sehr große Schwierigkeiten, weil dort eigentlich alle Leitungen dieser Stadt, die in Richtung Hannover gehen, dort liegen. Und insofern wir neben diesen technischen Schwierigkeiten dann auch einen Angstraum. Jeder kennt diese Angsträume bei Unterführung. Produzieren würden, wo wir eigentlich nicht daran glauben, dass diese Unterführung tragfähig wäre. Dann haben wir einmal geguckt, Niveau gleich, also auf gleicher Ebene mit einer Ampel darüber zu gehen. Da haben wir erhebliche Leistungsfähigkeitsprobleme und zwar auch für die Verkehre aus Stadt einwärts. Also die, die Hamburg verlassen wollen, die haben die Eigenschaft, dass sie dann den Knoten Amtlingstraße, also den weiter nördlichen Knoten Amtlingstraße, Heidenkampsweg lahmlegen. Also auch nicht gut. Dann gab es die dritte Möglichkeit natürlich, oben drüber. Und diese Brücke aber, und mit dem Aber merken Sie schon, auch da habe ich Bedenken, die ist durch die Hochlage der Wilhorner Brückenstraße, dann das Lichtraumprofil der Straße, ein sehr hohes Bauwerk, nämlich sieben Meter ungefähr, acht Meter. Das bedeutet, wenn wir dort barrierefrei oder auch schon mit dem Fahrrad nur eine vernünftige Anbindung schaffen wollen, haben wir eine Rampenlänge von mindestens 130 Metern. Und diese 130 Meter müssen Sie dort wickeln. Und dazu haben wir aber keine Flächen. Also insofern ist es A, schon mal die Benutzung, also ich bin Süddeutscher und die Bergwertung im Fahrradfahren liegt mir nahe, aber wenn man 130 Meter erstmal hoch muss, das sind schon tatsächlich Hemmnisse, wo man nochmal fragen muss, ist das richtig, hier eine Brücke zu bauen? Und darum haben wir dann nochmal die anderen Wegebeziehungen untersucht und haben ergänzend zu der Roten, die jetzt hier auch über die Wasserflächen führt, nochmal einen Westbogen gedacht, um neben der nördlichen Quartiersentwicklung auch eine deutlichere Beziehung dann in Richtung dem neuen Park, möglicherweise dann auch den Deichtorhallen und so zu entwickeln. Und wenn man da jetzt einmal die Wegebeziehungen, die Wegelängen anguckt, dann merkt man, dass diese rote Beziehung, die jetzt gestrichelt ist, also nie so viele Vorteile bringt, dass man sagen kann, Mensch, dafür müssen wir uns richtig stark machen, weil die liegt zentral, die brauchen wir für eine Fußläufige oder für eine Radbeziehung dann zu den Elbbrücken. Sodass wir dann zu dem Schluss gekommen sind, auf die würden wir verzichten, wir würden eher diesen Westbogen denken, weil der auch etwas die Verkehre von dieser Billhorner Brückenstraße weghält, also den Fußgängerverkehr und den Radverkehr und die Beziehungen dann in Richtung Rotenburgsort organisieren, würden wir dann im südlichen Bereich organisieren und sehen da aber auch keine, also gute Streckendimensionierung mit 650 beziehungsweise 900 Metern bis zur U- und S-Bahn Elbbrücken. Das wäre mein Beitrag hier zu den Querungsmöglichkeiten. So, nun haben wir das Rahmengerüst für diesen Teilbereich ganz gut kennengelernt und würden uns einige Punkte noch mal gerne ein bisschen detaillierter anschauen wollen. Dazu hört ganz sicherlich der Billhafen, das ist ein ganz zentraler Ort in diesem Bereich mit einer ganz besonderen Atmosphäre durch den Blick eben auf das Wasser, die Elbbrücken, beziehungsweise auch auf die S- und U-Bahn-Brücken, die sich hier zeigen. Das ist uns auch ein großes Anliegen, dass das so bleibt. Das heißt, dieser Ort bleibt, man sieht das Foto oben links, wie der derzeitige Zustand ist, so soll es eigentlich auch bleiben. Der Billhafen bleibt offen. Selbst die neue Brücke, die eben vorgestellt wurde, fügt sich hier wunderbar ein, fügt sich in das Gewirr der weiteren Brücken im Hintergrund ein, aber der Eindruck dieses alten Hafenbeckens bleibt im Großen und Ganzen erhalten, wie er ist. Das ist ein wichtiger Natur- und Kulturerbort an dieser Stelle, auch eben mit dem denkmalgeschützten Bereich des Brandhofs dahinter. Die Brandshöfe im Anschluss, da möchten wir eigentlich, soweit es geht, auch Bestandsgebäude integrieren, die eingefügt werden in eine offene Struktur, die hier auch einlädt, ein bisschen das Quartier im Innern zu durchwandern. Nach außen wird es etwas geschlossener, um eben den Lärm rauszuhalten aus diesem Quartier. Wohnnutzungen sind hier zunächst erst mal schwierig, deswegen eben durch den Lärm, vor allem auch durch die Bahn, ist hier gedacht, dass eben die Kultur, also Kreativwirtschaft, die hier angesiedelt ist, auch weiter hier ihren Ort behalten soll, dass der Charakter des Orts soll auch hier erhalten bleiben. Man sieht hier vielleicht im Ansatz, wie das gedacht ist, also an diesem Brandshofer Deich angeschmiegt ist ein kleiner Quartiersplatz, der eben auch die soziale Mitte des Quartiers darstellt. Ja, am Röhrendamm, man sieht es ganz gut, auf dem Bild oben links, dieser Straßenraum ist momentan an dieser Stelle überhaupt nicht gefasst, man hat gar nicht das Gefühl, in einer Stadt zu sein. Das wollen wir unbedingt ändern, auch dieser Straßenraum wird gefasst, dennoch gibt es an einer Stelle einen kleinen Stadtplatz, dort, wo sich eben der Röhrendamm mit dem Alsterwilder Elbegrün zu kreuzen wird, einer wichtigen Schnittstelle des Quartiers. Hier kann auch die Nahversorgung untergebracht werden oder gleichwohl auch vielleicht kleinere kulturelle Einrichtungen, die im Hintergrund anzuseniseln sind. Man sieht es hier ganz schön, es ist wieder ein wirklich städtischer Raum, wenn wir erst mal so weit sind. Weiter nördlich befindet sich momentan ein größerer Parkplatz, der auch jetzt schon sehr schön von Bäumen bestanden ist. Man sieht es oben im Bild auch jetzt schon grün aus. Diesen wollen wir stärken, indem wir den Riegel da vor die Bahn noch mehr zuschieben und da wirklich einen lärmgeschützten Bereich auch im Innern des Quartiers schaffen, um eben einen Treffpunkt für Jung und Alt an dieser Stelle für alle Anwohner der neu zu schaffenden Wohnräume auch in diesem Gebiet anbieten zu können. Dann gibt es noch die besonders interessante Stelle der Querung der Billhorner Brückenstraße und dem Billhorner Röhrendamm. Der Röhrendamm taucht unter der Billhorner Brückenstraße hindurch. Momentan hat man das Gefühl, man hat da eine ganz schöne Durststrecke, wenn man da durchgeht. Man weiß auch gar nicht teilweise, wie komme ich da rüber. Das wird natürlich durch die Fassung des Stadtraums, also die Häuser gehen wirklich fast bis zur Brücke ran und selbst da, wo wir zwischen den beiden Brücken sind, also momentan dieses bekannte Haus oben links mit den Mercedes-Stern oben drauf zu sehen ist, auch dieses möchten wir eigentlich öffnen zum Billhorner Röhrendamm, dass man es direkt von hier betreten kann und aber auch eine Zuwägung schaffen kann, eben auf diese Insellage von diesem Haus und weiter nördlich den angrenzenden Bushaltestellen. Somit gewinnt der Billhorner Röhrendamm auch eigentlich eine große Qualität an der Stelle, weil man gar nicht mehr so sehr merkt, dass ich da unter dieser großen Straße hindurchgehe. Ja, wenn man jetzt noch mal den Gesamtvergleich sich anschaut, wie sah es früher aus, links, gestern, in Rotenburgs Ort vor der Zerstörung, dann sieht man da ganz deutlich das dichte Stadtquartier, das eingangs auch schon beschrieben wurde. Man sieht in der Mitte den derzeitigen Zustand, der weit davon entfernt ist. Man sieht rechts, dass wir da auf jeden Fall wieder hinwollen, einen wirklich urbanen Raum zu schaffen mit großer Qualität und gleichwohl zum Beispiel am Billhafen Freiräume auch lassen, wo sie uns wichtig sind, wo wir sie schätzen. Ja, dann kommen wir auch schon zum zweiten Teilraum, die Vettel vernetzen. Hier haben wir uns ganz grundlegend noch mal die Frage gestellt und deswegen sieht man hier in der Vorschau auch schon zwei Lagepläne, weil sich doch auch die Rahmenbedingungen etwas verändert haben. Wir haben einen neuen Nachbarn hier bekommen, der Grasbrook, wissen nun schon in etwa, wie der aussehen wird. Wir wissen, dass es diese große Brücke geben wird, die vom Grasbrook rüberführt zur Vettel oder von der Vettel zum Grasbrook. Wir haben natürlich den Bestand des Denkmalschutzes hier in gelb angezeigt, die Zollhallen und eben den Deichpark im Norden, der momentan noch nicht wirklich ein Park ist und natürlich die ganzen Barrieren, Bahntrasse, Autobahn und den Siedlungsblock der Vettel. Was wir hier erreichen wollen, ist eigentlich der Herzenswunsch der Vetteler, der schon immer irgendwie vorhanden ist. Wie schaffen wir es denn, an die Elbe heranzukommen? Diese Stelle ist wirklich sehr von großer Bedeutung für die Vettel, weil zum einen kann man hier die Möglichkeit schaffen, zur Elbe zu kommen, von hier auch weiter über Freizeitwege eben zum Grasbrook oder eben auch auf direktem Wege zum Grasbrook und der neuen U-Bahn-Haltestelle. Die Vettel weiterbauen war unser Ansatz aus dem Testplanungsverfahren, eben einen größeren Wohnblock zu schaffen, der durch seine ruhige Insel in der Mitte ist auch ermöglicht, hier Wohnnutzungen anzusiedeln, an dieser Stelle, die ja doch momentan sehr vom Lärm geprägt ist, weil wir es eben schaffen, ruhige Lagen in der Mitte dieses Blockes zu schaffen. Gleichzeitig nehmen wir, wir haben es immer die DNA der Vettel auf, also wir führen diese blockhafte Struktur weiter fort und führen diese an die Elbe heran. Das ist ein ähnliches Bild, wie Sie es auch schon aus dem Testplanungsverfahren kennen. Dieser Block wird natürlich im Erdgeschoss durchweg, das heißt, von der Vettel kommend kann ich direkt auch über eine Brücke auf den Deichpark gelangen. Wir sind da momentan noch in der konkreteren Untersuchung, weil es in dieser Variante natürlich etwas schwieriger ist, die denkmalgeschützten Zollhallen in ihrer kompletten Länge zu erhalten, versuchen da jetzt gerade noch doch wieder das obere Bild aus dem Testplanungsverfahren. Man sieht da ganz schön, wie es direkt diese Brücke rüberschlägt, eben zum Deichpark. Unten gelingt das etwas schwieriger, da tarieren wir eigentlich gerade noch die Möglichkeiten ein bisschen aus. Auf jeden Fall sieht man hier auch den Blick von der Vettel kommt, wie sich zum einen die Treppe rüber zum Grasbrug hier schon darstellt und zeigt und einladend zum Grasbrug weist, gleichwohl aber auch die Öffnung in diesem Wohnblock auch den Weg eben zur Elbe aufweist. Das wäre dann der Blick von der Vettel aus in diesen Hof geschaut. Man sieht es hier, der hat eine gute Größe, um diesen auch schön zu gestalten. Die Zollhallen selbst sollen auch belebt werden, hier können kleinteilige Gewerbenutzungen ihren Ort finden und im weiteren Verlauf käme man dann eben zur Elbe. jetzt haben wir nochmal neu gedacht und haben gesagt, gut, wir haben jetzt diese Brücke, wir haben immer noch diesen Lärm und wir gucken mal, ob wir nicht doch die denkmalgeschützten Zollhallen auf eine andere Variante nochmal ein bisschen besser integrieren können, haben also die Struktur eher der Zollhallen aufgenommen, haben diese flankierend mit zwei Gebäuden begleitet, man sieht es hier ganz schön vom Deichpark aus geschaut, also man hat sehr viel mehr den denkmalgeschützten Gebäude im Visier, kann es natürlich in diesem Zusammenhang auch nicht mehr schaffen, an dieser Stelle Wohnungen nachzuweisen, weil das dann nicht den Lärmschutz bietet, den eben der Block bieten würde. Nichtsdestotrotz kann das ein wunderbarer Marktplatz für die Vettel werden, eben auch in direkten Anschluss an den Grasprog mit seinem Platz und dem toll genutzten alten Dach an der Stelle ein kleines Pendant auch auf der Vettel zu schaffen, um den Fettlern einen gewissen Raum zu geben, sich zu entfalten oder auch kleine Gewerbe unterzubringen und ähnliches. Hier sieht man den gleichen Blick wie vorhin eben aus der Vettel kommt, wie sich das ganze Meer noch in Richtung Norden öffnet, natürlich durch die offenere Bebauung. Und das ist eben der Blick, wenn ich vom Grasprog die Vettel betrete, was sehe ich? Ich sehe eigentlich alles an dieser Stelle. Ich sehe die Vettel mit ihren Zollhallen, ich sehe die neue Bebauung, ich sehe hinten den alten Bunker und ich sehe den Elbdauer, ich sehe die Elbbrücken. Diese Variante öffnet sich deutlich mehr vielleicht noch in Richtung Norden, zur Elbe, zur Stadt. Ja, schönen guten Tag. Wir haben im Team die letzten Wochen und Monaten uns ja intensiv mit den Orten beschäftigt, unter anderem auch zum Vetteler Balkon, zu dem ich jetzt gleich komme. Haben uns mit den Behörden abgestimmt, skizziert, Vorschläge gemacht und abgewogen und das vorläufige Ergebnis, speziell zum Vetteler Balkon, möchte ich Ihnen gerne kurz einmal vorstellen. Da möchte ich erst noch einmal kurz auf die heutige Situation eingehen. Viele von Ihnen kennen den Ort, ich selbst bin eben noch mit der Bahn vorbeigefahren und war dann doch auch wieder verzückt von der nördlichen Deichseite, denn wir glauben, dass das vielleicht auch ein Ort sein kann, wo man gar nicht so viel machen muss, weil das ein Ort ist, der jetzt schon seine Qualitäten hat, sich ein wandelndes Bild zeigt, durch die Erbe und Flut und tolle Ausblicke. Dann die Deichanlage zum Hochwasserschutz, indiskutabel, ist natürlich gesetzt, bei allen Ideen und Überlegungen gilt es, das immer beizubehalten und das südliche Areal ist mit dem Zumtec-Turmbunker so als Relikt bisher eigentlich so eine Fläche mit ungenutzten Potenzialen, brachligende Flächen, die zum Teil als Parkplatz benutzt werden. Wir haben uns ein bisschen als Ziel ausgesetzt, wie an vielen Stellen in der Stadt, zum Wasser hin, das Wasser erlebbar zu machen und einen Schritt an die Elbe zu wagen. Im nördlichen Bereich glauben wir, dass das durch wenige sensible Eingriffe in die naturnahe, schützenswerten Uferzonen sind. Das könnte ein Steg sein, der sich zum Wasser schlängelt und diesen Raum erlebbar und spürbar macht. Auf der südlichen Seite hin zum Vettler Marktplatz kann ruhig mehr passieren. Wir sehen, das könnte ein zukünftiges Sport, Freizeit, genutztes Areal werden mit vielfältigen Angeboten. Um diesen Zoom-Tech Turmbunker herum könnten ein neues kleines Milieu entstehen mit Kunst und Kultur, vielleicht Ausstellungsräume, unmittelbar daran ein relativ naturnacher Raum mit Sport, vielleicht Basketballplätzen, vielleicht eine kleine Skateranlage. Es ist eh ein sehr lauter Ort durch die Pielstraße, von daher ist es prädestiniert dafür, auch laute sportliche Aktivitäten dort anzusiegeln. Um solche Orte aber dann letztendlich auch wirklich nutzbar machen zu können und für die Bewohner und für die Vettler und für alle, für den Grasburg wirklich erlebbar zu machen und auch mit Leben zu füllen, ist es unabdingbar, ein Wegenetz zu schaffen, was eng miteinander verknüpft und verwogen ist. Das betrifft die übergeordneten Fuß- und Radwege, vom Rotenburgsort kommen hin zum Vettlermarktplatz. Das betrifft aber auch den neuen Stadtteil Grasburg, der durch eine neue Unterführung unter den Bahnbrücken erreicht wird und somit eine enge Vernetzung stattfindet. Zusätzliche Freizeitwege, die die Erlebbarkeit des Areals gewährleisten und überall Zugehänge schaffen. Das Ganze sehen wir noch einmal im Schnitt, wie es sich darstellt. Im Hintergrund sehen Sie die Bahntrasse, rechts gibt es die neue Unterführung vom Grasburg zur Vettl und umgekehrt. Dann ist es natürlich wichtig, diese Vernetzung in den Wegebeziehungen auch für alle Altersstufen, für Senioren, für Rollstuhlfahrer, für Kinder möglich zu machen. Das heißt, wir sind angestrebt, ein behindertengerechtes Wegenetz zu schaffen, was eng verwoben ist, hoch zum Deich, vom Deich, rüber zum Vettlermarktplatz durch eine neue, schöne, große, aber doch feine Brücke, die es ermöglicht, die viel befahrene Priestraße relativ qualitätsvoll zu überwinden und direkten Zugang zu dem neuen Ort haben, dem Vettlerbalkon. Unten sehen Sie noch ein paar Bilder, wie wir uns das vorstellen können. Die Rampenanlage auf der nördlichen Seite, sehr naturnah, eingebettet in den Naturraum, der kleine Steg als etwas romantischer Ort mit tollen Ausblicken, dann Zukunft auch mit dem Elb-Tower und das Areal um den Turmbunker, eher durch kulturelle und sportliche Nutzung. Das sind so die ersten Visionen, die wir haben. An der Stelle würde ich das Wort an meine Schweizer Kollegin übergeben. Gut, vielen Dank. Zum Bille-Park komme ich jetzt noch, eigentlich ein ganz wichtiger Grünraum auf der nördlichen Seite. Wir haben noch nicht ganz so viele Zeit gehabt, um daran zu arbeiten. Was Sie hier sehen, ist ein erster Arbeitsstand, aber das zeigt, glaube ich, schon, in welche Richtung das es gehen könnte. Wichtig ist, dass eigentlich dieses Stück, das hier rot markiert ist, der Bille-Park, eigentlich ein wunderbarer Verbindungsstück ist zwischen der Landschaftsachse der Bille und der Landschaftsachse der Elbmarschen. Wenn man dieses Stück verbinden kann, wenn man das aufwerten kann, entsteht ein zusammenhängender Naherholungsraum, der ja für alle Orte, die hier, also alle Quartiere, die hier in dieser Gegend sind, natürlich von großer Bedeutung sind. Was ist denn der Bille-Park? Ist der Bille-Park denn, das ist schwierig zu sehen, wie der aussieht. Man sieht Fragmente, man kennt vielleicht Fragmente, es gilt, den Bille-Park zu entdecken. Wenn man unten an der Bille ist, ist es räumlich ein ganz anderes Gefühl, man hat das Gefühl, man ist irgendwo weit weg, aber nicht in der Stadt. Auf der anderen Seite gelebte Nostalgie, die alte Tankstelle, die kennt sicher jeder hier und jede hier im Raum, ist natürlich ein wunderbares Stück Park auch oder kann ein wunderbarer Teil eines solchen Parks werden. Oder es gibt eben auch diese herbe Brückenlandschaft, das sind ganz andere Räume, es sind unkonventionelle Räume und deshalb haben sie auch ein besonderes Potenzial. Wir haben viel von Verbinden gehört und auch im Bille-Park ist das Verbinden eigentlich ganz, ganz wichtig. Wir haben ganz viele spannende, kleine Fragmente und es gilt, diese zusammenzubinden und eben daraus eigentlich einen Park zu schaffen. erschwerend dazu sind diese Fragmente auf ganz unterschiedlichen Ebenen und all diese unterschiedlichen Ebenen, die machen eigentlich diesen speziellen Ort auch aus. Es ist ein Park im Werden, es gilt eigentlich, diese Zusammenhänge herzustellen und dies in Wert zu setzen und nutzbar zu machen. Wie können wir das machen? Es ist ja keine Brache, wir arbeiten hier in einem Raum, wo es bereits Gewerbe, es gibt bereits Infrastrukturanlagen, die auch weiterhin dort arbeiten wollen und die es zu berücksichtigen gilt. Aber man kann auch kurzfristig bereits erste Verbindungen, erste Fragmente zusammenführen. Das Juwel könnte eine Parkverbindung entlang unten am Fluss, entlang der Bille sein, ein Steg, der die Bille, das grüne Ufer sozusagen verbindet. Es gibt andere Wege, zum Beispiel diese, die dann zur Fahrradroute 9 führen, also auf die Hochwasserschutzanlage im Süden, die es zu verbessern gilt. Auch erste Nutzungen sind denkbar, es sind Aufenthaltsbereiche am Wasser sind möglich, dort beim Billehain liegt die Liegewiese, die wir dort haben, muss ich überlegen, wie man die vom Lärm auch etwas schützen kann. Es gibt aber auch andere Orte, gerade im Umfeld der Tankstelle, wo Spiel- und Sportmöglichkeiten bereits jetzt realisierbar werden. Ein paar Beispielbilder, wie so etwas aussehen könnte, in welche Richtung dieser Park auch entstehen könnte. Längerfristig gibt es dann mehrere Möglichkeiten, es sind Veränderungen absehbar, man kann sich vorstellen, dass auch auf der Westseite eine Promenade entsteht, man kann sich vorstellen, dass diese Brücken, die heute noch für die Logistik genutzt werden, dass die frei werden, dass dort Gleisgärten entstehen und dass somit eigentlich langfristig eine wirklich zusammenhängende Parklandschaft entsteht. Hier zu den Verbindungen und Maßnahmen, dass man eben diese Neunutzung der Logistikfläche und auf der Westseite eben diese Verbindung, diese Promenade entwickeln könnte. Auch hier neue Nutzungen, die den ganzen Park eigentlich vervollständigen. Zuletzt noch ein paar Bilder, wie es dann weitergehen könnte, als wir der Bille-Park zu einem verbindenden Glied zwischen dem Naherholungsraum der Bille und der Elbe und den Flächen der Elbe verbinden könnte. Ja, herzlichen Dank für Ihre Vorträge, für Ihre Darstellungen. Wir gehen jetzt gleich in die Pause. Bitte ein ganz wichtiger Hinweis, wenn Sie nach der Pause wieder in den Raum kommen, setzen Sie sich bitte an den gleichen Platz, an dem Sie jetzt auch sitzen. Das sind diese Vorschriften, nicht, dass es da hier eine Vermischung gibt und wir die Adressen hinterher nicht mehr haben. Sie haben in der Pause und nach der Pause dann auch Gelegenheit, Fragen zu stellen. Sie können das auch über unser Online-Tool bereits machen. Es gibt die Adresse Slido. Ich weiß nicht, ob die eingeblendet werden kann, kurz. Genau, das ist die Adresse www.sli.do-de und dort gibt es den Hashtag Stadtwerkstatt. Dort können Sie sich einloggen und zu Hause, wenn Sie den Stream verfolgen oder auch hier in der Pause schon die ersten Fragen einstellen. Wir machen 15 Minuten Pause, es geht um 17.45 Uhr dann hier weiter. Danke. Ja, meine Damen und Herren, es geht weiter im Programm. Wir haben für den zweiten Block sogenannte Blitzkommentare vorgesehen und wir haben dafür unterschiedliche Menschen hier eingeladen. Natürlich sehr gerne die direkten Nachbarinnen und Nachbarn, da haben wir einmal Frau Hoffmann hier, die moderiert den Stadtteilbeirat auf der Vettel, also insofern eine der Interessenvertreterinnen und Interessenvertretern, die auf der Vettel aktiv sind. Wir haben Frau Frank Wollgast, sie ist von Rotenburgs Ort und wird entsprechend hier den Stadtteil mit vertreten. Wir haben Herrn Michael Marte, er ist Fachamtsleiter Stadt- und Landschaftsplanung im Bezirks am Mitte und wir haben Herrn Gabani mit dabei, er ist in der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft, der Amtsleiter Naturschutz und, Sie gucken, Grünplanung und Bodenschutz, richtig? Gut. Sie haben jeweils circa drei Minuten für den Blitzkommentar, danach wollen wir sehr gerne ins Plenum gehen und auch über Slido einige Fragen mit hineingeben. Sie sehen hier auf diesem Chart, es ist schon ein bisschen was an Fragen angekommen und es wird auch schon ein bisschen geliked, aber zuerst erstmal noch live hier vorne. Frau Hofmann, wenn Sie beginnen mögen. Ja, danke, dass Sie mich eingeladen haben. Sehr geehrte Nachbarn, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin geweten worden aus Sicht der Vettel hier im Rahmen der Stadtwerkstatt ein Votum zu den Plänen abzugeben aus Sicht unseres Stadtteils. Dafür nochmal einen ganz, ganz kurzen Rückblick oder Einblick in die Situation der Vettel. Wir leben auf einer Insel, die von allen Seiten eingekesselt ist bisher. Da ist zum einen die Bahnlinie und die dahinterliegende Straßenverbindung im Westen, im Osten die Industrie, im Norden die große Lärmbelastung der Laster, die aus dem Hafen auf die Autobahn fahren und im Süden das Hafenbecken und aber auch eine Straße, die insbesondere zum Feierabend immer sehr belastet wird, weil die Autos von der Autobahn abfahren. Unser sehr kleines, relativ kleines Wohngebiet ist also von einer hohen Lärmbelästigung oder hat eine sehr hohe Lärmbelästigung und wir haben aber auch einen Eintrag von weiteren Emissionen, die das Leben dort sehr belasten. Wir haben eine sehr geringe Nahversorgung in unserem Stadtteil und das haben wir uns eigentlich gehofft, dass das durch die Baumaßnahmen im Vettel der Norden dann auch verbessert wird. Wir sind einer der ärmsten Stadtteile und sind deswegen auf Angebote, direkt nahe zu erreichende Angebote für die Menschen, die wenig Einkommen haben, angewiesen. Insofern betrachten wir die städtebaulichen Planungen, die Bebauung des Grasbrokes, aber auch die Planung im Stadteingang Elbbrücken mit großem Interesse, das ist sehr wichtig für uns, aber auch mit Sorge, weil wir natürlich hoffen, dass dort die Planung die Chance, die Infrastruktur weiterzuentwickeln aufnimmt, aber auch Sorgen haben, ob es gelingt und diese Sorgen sind heute auch nicht ganz ausgeräumt worden, sage ich mal deutlich. Es fehlen bei den Planungen, wahrscheinlich ist es noch nicht so konkret, es fehlen Sachen wie, dass eine Drogerie vorgesehen ist, dass es einen größeren Vollsortiment ergibt, dass die gesundheitliche Versorgung im Vettelernorden Raum findet, bezahlbarer Wohnraum ist natürlich auch ein großes Thema und unsere Moscheegemeinde würde sich auch größere Gebetsräume wünschen. Sie sagen, es gibt kleines Gewerbe, Kulturangebote. Ich denke, da müssen wir echt noch wahrscheinlich nachbessern. Wichtig ist die guten Verbindungen in die Nachbarquartiere, da sehe ich wirklich Entwicklungen, die in den Planungen jetzt aufgenommen worden sind, insbesondere auch die Idee, dass es Fahrradverbindungen, die beidseitig nutzbar über die Elbbrücken gibt, aber auch die Brückenverbindungen zum Elbenwerder Entenwerder Park sind natürlich auch für die Vettel interessant, weil die ja auch für uns erreichbar sind. Ich denke aber auch, dass man bedenken muss, dass durch die Nachverdichtung insgesamt im Stadtteil man noch wirklich deutlich auf den Verkehr gucken muss, auch auf den Autoverkehr insbesondere und ich sehe eben auch, dass der öffentliche Nahverkehr bisher schon sehr belastend ist. Die Vettel ist da oft am Morgen lange an der S-Bahn, bevor sie reinkommt. Meine Hoffnung wäre eigentlich, dass die Planungen dieses Quartiers dort angelegt werden, wo Riese auch geplant hat, weil dort hatten wir schon in den Sachen, die im Handlungskonzept im Stadtteil Beirat vorgestellt worden sind, viele von den Sachen, die ich jetzt eben auch gesagt habe, dass sie noch fehlen dort haben wir sie vorgefunden, insofern würde ich mir eigentlich wünschen, dass die Planung im Rahmen von Riese, mindestens was den Vetteler Norden anbetrifft, passieren könnte. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Frau Frank-Wolgers, bitte gleich im Anschluss. Ja, ich komme aus dem Stadtteil Rotenburgsort, bin Mitglied im Stadtteilrat da und begrüße Sie sehr herzlich hier heute. Eigentlich müsste man auch Kinder begrüßen, denn die Kinder sind es, die mit dem, was sich in unserem Stadtteil jetzt verändern soll, in Zukunft zurechtkommen müssen. Ich hoffe, Sie werden irgendwann auch gefragt. Rotenburgsort hat etwas mehr als 9000 Einwohner und ist ein Stadtteil ohne Anbindung an einen anderen Wohnstadtteil. Wir sind umgeben von der Elbe, einer schier unüberbrückbaren Straße, der Bahnlinie sowie Gewerbe und Industrie. Alles, was wir in Rotenburgsort uns aufgebaut haben, mussten wir immer selber aufbauen. Von außen kam relativ wenig. Wir hatten Stadtteilzentrum bis 2017 mit Holz- und Fahrradwerkstatt und vielen notwendigen sozialen Angeboten. Ist abgerissen worden für Wohnungsbau, ist auch wichtig. Unser einziges Theater wird uns jetzt genommen und wir haben keine weiterführende Schule im Stadtteil. Das sind die großen Probleme in einem der ärmsten Stadtteile Hamburgs. Der Stadtteil verändert sich merkbar. Es entstehen und sind geplant immer mehr Eigentumswohnungen, weniger sozialer Wohnungsbau, höhere Mieten, mehr jüngere Bewohner, die Alten sterben langsam weg, häufig Erstbezug nach dem Krieg. Es gibt mehr Kinder, auch durch einen hohen Anteil migrantischer Mitbürger, aber nicht mal einen Kinderarzt und auch keine anderen Fachärzte. Ich sehe im Moment noch nicht, wie sich die Veränderungen, die jetzt angedacht sind positiv auf den Stadtteil auswirken, aber wir freuen uns als Nachbarschaft in die Planung mit einbezogen zu werden, denn aus Sicht der Bewohner ist vieles anders, deutlicher, vielleicht auch klarer zu sehen, als vom Architekten Drehstuhl. Die für uns wichtigen Punkte im Rahmenplan sind einmal der Bille-Park, wohnungsnahe Grün- und Sportanlagen mit Zugang zum Wasser, zur Bille, sind gerade heutzutage sehr positiv und ganz wichtig. Es bleibt allerdings abzuwarten, inwieweit sich der nördliche Teil nutzen lässt bei 120.000 Fahrzeugen täglich, die eine ziemliche Geräuschkulisse bilden. Das ist der Bereich genau gegenüber von dieser Industrieanlage. Es freut mich, dass bei diesem Entwurf offenbar davon abgesehen wurde, Hochwasserschutzanlagen abzureißen. Das war bei früheren Entwürfen anders. Brandshof oder der Teil von Rotenburgs Ort, der neuerdings auch Rotenburgs Ort West genannt wird, ist durch die Billhorner Brückenstraße so abgetrennt, dass es nicht mal einen barrierefreien Zugang von Rotenburgs Ort gibt. Man kann nur über Treppen dahin kommen. Das bitte ich zu berücksichtigen, dass sich das auf alle Fälle ändert. Ich habe das in diesen Plänen noch nicht gesehen. Die Billhorner Brückenstraße, da ist für den Stadtteil sehr wichtig, dass die Lebensader des Stadtteils, das ist nämlich die Buslinie 3, nicht der S-Bahnhof Rotenburgs Ort und auch nicht die anderen Bahnhöfe. Die Lebensader ist die Buslinie 3 und wichtig ist, dass die Umsteigemöglichkeiten zwischen den Bussen 3, 34 und 154 in beiden Richtungen weiterhin möglich sind, weil das die einzige Möglichkeit ist, barrierefrei schnell und bequem zu verschiedenen Zielen zu kommen. Auch ein barrierefreier Bahnhof Rotenburgs Ort wird nicht viel daran ändern, dass der Dreierbus das wichtigste ÖPNV-Mittel im Stadtteil ist. Der Stadtplatz am Röhrendamm, das war für mich ganz neu. in den Unterlagen, die ich bekommen habe, stand auch was von Theaterplatz. Insofern ja, interessant, kriegen wir unser PEM-Theater dahin. Das ist noch ein bisschen wenig konkret, Nutzung, Höhe der Häuser ist alles noch ein bisschen unbestimmt. In den Planungen ist viel Wohnungsbau, deshalb nochmal die Frage, wo bleibt die weiterführende Schule, die man für einen Stadtteil braucht, wenn man Familien halten will. Ansonsten wird es nur alte Leute geben bei uns, weil die Familien wegziehen. Wir werden über Jahrzehnte mit Behinderungen und Baustellen leben müssen, die unsere Wohnqualität einschränken werden. Große Teile unseres Stadtteils, das parkähnliche riesige Grundstück von Hamburg Wasser oder das Siemens Gelände sind für uns nicht zugänglich. Deshalb fordern wir das an ganz besonderer Stelle, nämlich der ehemaligen Bundesmonopolverwaltung für Brandwein am Haken, wo mehrere Grünzüge und Wegeverbindungen zusammenlaufen, das Gelände für die Allgemeinheit geöffnet wird und ein Zentrum für Nachbarschaft, soziale Hilfe, Kultur und Gemeinwohl entstehen kann, das für diesen Stadtteil eine echte Bereicherung wäre. Danke. Ja, vielen Dank. Ja, Herr Marte aus Sicht des Bezirks Mitte. Ja, vielleicht ganz kurz vorangestellt, wir sind natürlich in einem hochkomplexen Planungsprozess unterwegs. Ich glaube, November 2019 hatten wir die erste Nachlese gemeinsam hier geführt, genau in dem Raum. Sie haben jetzt durchaus zu Recht, finde ich, Orte angesprochen, die jetzt nicht in den Fokusräumen liegen, die aber für die Quartiere Rodenburgs und auch für den Wohnstadtteil Vettel wichtig sind. Wir nehmen das als Bezirk, genauso wie die BSW und die Bebek natürlich mit. Und das sind Herausforderungen in den weiteren Planungsschritten, die vor uns liegen. Senatorin hat ja vorhin betont, wir sind auch hier in unterschiedlichen Beteiligungsformaten unterwegs, also ist ja nichts fertig. Das vielleicht einfach mal vorangestellt. Ansonsten denke ich, wenn man jetzt mal schaut, was ist zwischenzeitlich produziert worden, da würde ich schon noch mal sagen zu den Büros, die haben schon richtig sich da angestrengt. Und wenn ich jetzt mal so ganz kurz zurückgehe, Sie hatten ja die Vettel zu Recht angesprochen, die Vettel ist isoliert, die hat eine ganz schwierige stadträumliche Lage. Jetzt gibt es den neuen Stadtteil Grasburg und wir müssen aufpassen, dass wir da auch die Vettel nach vorne bringen, der wirklich mal auch eine Adresse in den Norden geben. Und die Frage schwierig, aber ich glaube, wir haben ja heute einen zweiten Entwurf gesehen und ich will mich da jetzt nicht über den Balkon legen, aber ich finde es gut, dass wir einen zweiten Entwurf gesehen haben, der auch nochmal mit dem Nutzungskonzept ganz anders an den Stadtteil herantritt. Und ich glaube, so ein bisschen die Sorge, die Sie hatten, kann man schon mal auch so einsortieren, wir haben das Thema Nahversorgung, wir haben die gesundheitlichen sozialen Angebote, die fehlen, wir haben nämlich im Wohnstadtteil weder die Standorte, noch die Flächen, noch die Immobilien, wir haben natürlich auch tatsächlich die Bezüge zum Wasserraum, heute so nicht, ich habe es jetzt nochmal erlebt, tatsächlich auch die Straßenführung ist ja nicht in der richtigen Truglage, wir müssen überhaupt sehen, wie kriegt man eine Brücke drüber, dass auch nach wie vor die Lkw funktionieren und dann kommt jetzt die große Brücke von drüben und ich glaube, die Herausforderung besteht, den Grasbrook wirklich so zu entwickeln, wie das die Baerbeck ja verfolgt und gleichzeitig die Vettel da auf der Siegerstraße mit dazu beteiligen und die Bilder, die wir heute gesehen haben, da habe ich schon eine gewisse Zuversicht, da sind natürlich ganz viele Fragen mit verbunden und ich glaube, es ist wichtig, der Vettel da auch eine Kraft zu geben durch einen guten Städtebau aber auch das Gesamtnutzungskonzept, das muss dann anstimmen und dann glaube ich, ist es gut, wenn man noch mal ein bisschen realistisch draufschaut, kriegt man an dieser Stelle, an diesem Standort wirklich das Thema Wohnen so platziert, wie wir es uns wünschen. Da bin ich persönlich als Stadtplaner eher so, lassen Sie uns mit einer Ehrlichkeit rangehen, wenn es da so nicht richtig geht, vielleicht auch die Wohnprodukte da gar nicht so dann auch nachgefragt würden, dann lieber die Versorgungslage, die heute die Vettel drückt, dort authentisch zu beantworten. Rodenburgs Ort, ich bin ganz bei Ihnen, natürlich, da haben wir noch richtig was im Wohnstadtteil nachzubessern, ich würde aber auch noch mal sagen, das gilt am Ende für alle städtischen Fokusräume, wir müssen auch die laufenden Planungen eng vernetzen mit dem, was jetzt vor uns liegt, und Sie wissen ja selbst, Rodenburgs Ort 16, sind wir mit dem Thema Wohnen unterwegs, auch familienorientiertes Wohnen, ich glaube aber, und das hat Herr Höhen vorhin ja sehr deutlich gesagt, Rodenburgs Ort war mal ein wahnsinnig interessanter Stadtteil, als er aus der Gründerzeit heraus sich so entwickeln durfte, und da wurde 1943 alles weggebombt, und ich glaube, wenn wir hier Stadtreparatur hinbekommen, dass wirklich erst mal Rodenburgs Ort im Westen wieder ein Gesicht gegeben wird, also dass man sieht, hier ist hinten dran wirklich ein Stadtteil, heute ist das ja so ein ganz schwieriger Raum, muss man wirklich mal sagen, dann ist es schon aus jedenfalls meiner Sicht heraus ein riesen Gewinn, und auch da gilt, man muss die einzelnen Nutzungen für die einzelnen Standorte und Flächen sich genau angucken, was da geht, sicherlich ist auch das Wohnen da eher erst etwas in der zweiten und dritten Reihe in geschützteren Lagen möglich, aber man kriegt glaube ich auch am Ende neben der Adresse für Rodenburgs Ort auch die Chance, wirklich Nutzung hintendran, die sensibler sind, überhaupt zu verfolgen, was ja heute bekanntlich nicht geht. Ich finde es gut, das hat Herr Hans-Bernteig vorhin gesagt, ich denke wir sehen das im Bezirk genauso, wir haben total heterogene Quartiere und da müssen wir drauf reagieren und wir dürfen nicht den Versuch machen, so in so einem gewissen Zeitgeist mit irgendwelchen Leitbildern, die dann immer wieder auftauchen, dem jetzt so ja ein bisschen sage ich mal unreflektiert nachzuhängen und ich glaube die Chance mit dem, was wir heute gesehen haben, besteht schon darin, über einen relativ langen Prozess zu antworten zu finden und das wird auch in unterschiedlichem Tempo passieren und bestimmte Dinge, da bin ich fest überzeugt, werden sich gar nicht so schnell bewegen lassen, andere können wir sicherlich ein bisschen pushen und von daher ja dieser Bälle Park als Idee mit seinem Raumscham, der da wirklich heute in dieser Industriegewerbelandschaft da jetzt mal verortet wird mit den Wasserlagen und das alles, ich glaube man darf sich nicht so genau jetzt da mit diesen ersten Zielbildern auseinandersetzen, ob man wirklich auf so einer Liegewiese richtig sich jetzt schon aufhalten kann, aber die Perspektive, dass wir diese Orte jetzt angehen und versuchen zu öffnen, auch für den Stadtteil, das finde ich, das ist genau das, was wir konzeptionell bisher nicht in dem Maßstab bearbeitet haben, wir waren ja immer da etwas anders unterwegs und ich habe da schon eine gewisse Zuversicht, die Verknüpfung auch der neuen Stadtteile, die da entstehen mit dem alten, da haben wir richtige Potenzial und jetzt gilt es natürlich die Entwicklung, die dort stattfinden, heute auch einzelgrößere Bauformen stärker mit dem neuen zusammenzudenken und wir werden ja, davon gehe ich jetzt aus als Bezirk, die B-Plan-Verfahren betreiben, da sind die ganzen Beteiligungsschritte, also ich sehe nicht, dass da jemand jetzt verloren geht, sondern wir müssen da zusammen, glaube ich, so ein bisschen verhaltenoptimistisch nach vorne gucken und ja. Ein schöner Schlusswort. Herausfordernde Aufgabe. Dankeschön. Herr Gabbani, bitteschön. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, die Ausführungen, die Frau Hoffmann und Frau Frank-Wolgas gemacht haben, setzen mich jetzt ein bisschen vor das Problem, dass meine Kommentare aus Sicht einer Fachbehörde ja relativ abgehoben sind und die das Wissen und die Betroffenheit vor Ort jetzt nicht aufgreifen können. Ich will aber versuchen, einen Übergang hinzukriegen. Aus Sicht der Umweltbehörde haben wir es mit bei diesem Planungsprozess, wie ich finde, mit einem Best-Practice-File zu tun, weil wir den Versuch ja unternehmen, gemeinsam Städtebau, also Wohnen, Gewerbe, Städtebau, das Mobilitätsthema und die grüne Infrastruktur von Anfang an gemeinsam zu denken. Das ist in diesem Fall auch für Hamburger Verhältnisse, glaube ich, auf einem neuen Niveau gelandet, was wir in der Vergangenheit geübt, aber vielleicht nicht immer so gut hinbekommen haben. Deswegen glaube ich, dass es von der Grundidee her möglich sein müsste, die Anregungen, Betroffenheiten, Sorgen, die sie haben, da unterzubringen. Das setzt aber voraus, dass wir sie auch weiter mitnehmen. So, das war der Versuch des Übergangs. Jetzt kommt der abgehobene Teil. Die Umweltbehörde begleitet dieses Verfahren von Anfang an. Wir haben aus Emissionsschutz, also Lärm, Luft, Altlasten, Naturschutz, Hochwasserschutz, was wir immer so machen, im Auge gehabt, aber ich will jetzt hier hauptsächlich zu dem Thema Freiraumplanung etwas sagen, weil zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Planung das natürlich die vordringlichen Sachen sind, die die Gesamtstruktur betreffen. Ich möchte zunächst nochmal meinen Dank an die beteiligten Büros aussprechen, GMP und WES, beziehungsweise Hager in Zürich, die in der Tat in einer sehr kurzen Zeit und unter hohem Zeitdruck jetzt hier gearbeitet haben und ich habe heute Lösungen für viele Fragen gesehen, die wir in der Vergangenheit in den Workshops, im Wettbewerb und so weiter diskutiert haben, wo wir uns gefragt haben, wie gelingt es tatsächlich diesen Raum zu entwickeln, diese Verbindungen, von denen heute schon oft die Rede war, herzustellen und dafür erstmal meinen herzlichen Dank, dass Sie sich da so reingekniet haben und diese Ergebnisse geliefert haben. Ganz kurz jetzt zunächst mal zum Billepark. Beim Billepark, glaube ich, ist sehr schön deutlich geworden in den Ausführungen von Frau Schenk, dass diese drei Ebenen, also welche Fragmente haben wir da eigentlich, was ist das für ein Ort, dem hat man sich da genähert. Es gibt Ruhezonen, sollte man nicht glauben, aber wenn man an den richtigen Ebenen, in den richtigen Höhen ist, ist es dort extrem still. Will ich jetzt nicht vertiefen, also Fragmente sind dort gesammelt worden, das Thema die Topografie, wie ist die Topografie des Ortes und wie kann man daraus eben diese Verbindungen ableiten, wo gibt es da Chancen, Potenziale und drittens, das war auch eine wichtige Aufgabenstellung, wie ist das über die Zeit zu sehen, das heißt, Hager Landschaftsarchitekten haben tatsächlich ja Vorschläge jetzt entwickelt, wie man mit ersten minimalen Maßnahmen dort Verbindungen herstellen kann, wie man darauf aufbauen, längerfristig weitere Verbindungen vertieft und verbessert und auch die verschiedenen Nutzungen, die wir uns für diesen Park vorstellen können, sozusagen in Bewegung bringt. Insofern glaube ich, sind wir hier einen großen Schritt weitergekommen zum Thema Elbdeichpark Vettelnord, auch da glaube ich, dass das, was sich dort jetzt entwickelt hat, unabhängig von der Frage, macht man diesen großen Block, diesen Diamant oder die etwas offenere Variante in beiden Fällen, ist es ja, was die Freiraumplanung angeht, zu einem deutlich geringeren Eingriff gekommen, als wir das bisher diskutiert haben, das heißt, wie komme ich jetzt sozusagen über diese Straße an die Elbe, ist mit dem Steg, der dort jetzt vorgesehen ist und sich direkt an die Brücke anlehnt, kein Eingriff in den Hochwasserschutz bildet, so wie ich das jedenfalls bis jetzt beurteilen kann, glaube ich, ein guter Weg um diesen Ort, wo man tatsächlich elbseitig, keine großen Eingriffe machen muss, um ihn zu etwas Erlebbarem zu machen, die Frage ist, wie komme ich da hin und da ist, glaube ich, dieser Steg, der dann gleichzeitig auch die Verbindung zum Grasbrug unter der Brücke durch herstellt, eine gute Lösung und schließlich ein letzter Punkt, als der Bille-Elbe-Grünzug, ich bin immer begeistert, wenn die Architekten und die Stadtplaner von Klaren, Fluchten, Baukanten, stabiles Block, Randgefühle und so weiter reden, da weiß ich als Freiraumplaner immer schon, jetzt geht es mir an den Kragen, weil diese Stadt, das Stadtgefüge ist sozusagen immer die Voraussetzung für einen Freiraum. Von der grünen Seite her, wir denken das umgekehrt, deswegen muss man wahrscheinlich dieses Vernähen zwischen Alster, der Bille-Elbe-Grünzug am Durchstich durch den Bahndamm, also an der Stelle, wo der Bille-Honer-Mühlenweg landet, noch mal diskutieren, obwohl ich zugeben muss, dass die Figur, die da jetzt gefunden ist, auf den ersten Blick überzeugt und auch natürlich innerhalb dieses Quartiers bestimmte Fahrraumqualitäten ermöglicht, aber die Frage, wie man den Grünzug jetzt sozusagen in diesen Bereich reinzieht, wie man die Öffnung durch den Durchstich nach Rotenburgsort hinbekommt, da muss man, glaube ich, noch ein bisschen daran arbeiten. So, jetzt habe ich meine drei Minuten wahrscheinlich auch überzogen und vielen Dank. Das ist nicht so schlimm. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, jetzt sind Sie dran, sowohl hier im Raum als auch im Zelt, als auch über den Stream, das heißt auch über das Lido, das heißt, wer immer eine Frage stellen möchte, möge dies tun. Wir haben zwei Personen mit einer Mikrofonangel, die kommen zu Ihnen, das Mikrofon bitte nicht anfassen. aber Sie können hier vorne, einmal kommt die Angel, am besten, wenn Sie aufstehen und sich einmal umdrehen, weil dann sind Sie auch im Stream zu sehen. Wenn Sie sich bitte einmal kurz vorstellen mögen, auch wäre das sehr nett. Danke. Mein Name ist Sonja Lattwesen, ich bin von den Grünen in der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte. Mir haben manche Dinge, die ich heute gesehen habe, ganz gut gefallen, aber ich habe auch um ein paar Dinge Angst. Also ich habe Angst, dass gewisse Räume zu sehr, ich glaube, ich nehme die Maske ab, ich habe Angst, dass ein paar Räume einfach zu sehr beplant werden. die Kleinode, die wir hier haben, wie das Mikropol, wie das PEM-Theater, wie in relativer Nachbarschaft das Park in Hammerbrook, sind auf künstlerische oder private Initiative zurückzuführen und sind eben Orte, die bisher nicht genutzt waren. Und ich habe den Eindruck, dass eben gerade mit der Freiraumplanung viele Orte zu sehr durchgeplant werden und eben das gerade bei den Freiraumzonen oder beim Billehafen viele Dinge zu sehr bis ins kleinste Detail durchgeplant werden und eben keinerlei Platz bleibt für kreative Nutzung. Die nächsten Musikproberäume, die sind etwa 50, 60 Meter von hier im Industriegebiet und eben auch in Rotenburgsort und auf der Vettel werden Musikproberäume, kreative Räume immer weniger und eben wenn wir tatsächlich jetzt eben auch wirklich den kleinsten Freiraum jetzt schon durchplanen und aufs Kleinste beplanen oder neu überplanen, dann fallen auch die weg. Also ich möchte dafür appellieren, dass kleinere Freiräume frei bleiben und eben das gerade an den Stellen, an denen sich Dinge und Kreativität entwickeln soll, dass eben auch dort der Vorrang dann gegeben wird für die Leute, die sich jetzt schon engagieren und die sich schon engagiert haben und dass der Vorrang gegeben wird eben für die kreative Nutzung, die schon besteht und eben das am Billehafen zum Beispiel dort, wo man ein Strandcafé oder ein Hafencafé haben möchte, dass dort auch erstmal gelassen wird, damit man dann eben Platzgelegenheit hat, dass eben dort die ideale Nutzung sich herausbildet. Vielen Dank, das habe ich jetzt hier als Appell und Statement verstanden, als eine Frage. Insofern gibt es weitere Fragen hier im Raum. Da vorne, ja. Ich hätte eine kleine Bitte, wenn Sie bitte hier nach vorne kommen, es ist ein Kreuz aufgeklebt, diese Position ist auch ausgeleuchtet, dann kann man sie gut sehen und außerdem haben Sie dann auch das Mikrofon vor sich. Danke. Ja, mein Name ist Christian, mein Name ist Christian Butzke, ich vertrete die Vetteler Fischgaststätte und im Moment im Besitz meiner Mutter, langjährig im Familienbesitz, ich möchte die übernehmen im nächsten Jahr, insofern sehr wichtig, was in Zukunft passiert auf der Vettel. Wir haben von der Stadt Hamburg ein klares Statement, dass der Erhalt der Fischgaststätte tatsächlich wichtig und vorgesehen ist. Heute haben wir die Vetteler Fischgaststätte hier nicht gesehen und wir fragen uns natürlich, an welcher Stelle werden wir künftig unsere Gaststätte finden, an gleicher Stelle, ist das baulich möglich oder an anderer Stelle und da wünschen wir uns natürlich recht zeitnah Antworten, wie das funktionieren kann. Wichtig ist uns eigentlich, weil das Alleinstellungsmerkmal der Gaststätte diese Zeitreise in die 1950er Jahre ist, das irgendwo dann auch wiederfinden zu können, von der äußeren oder aber auch von der inneren Ansicht. Wichtig ist auch noch unser Ofen von 1953, der den hervorragenden Backfisch macht, der hat Besitzstand an der jetzigen Stelle und was passiert, wenn die Gaststätte dann irgendwo anders steht. Letztlich, die Bauphase, die dann irgendwann näher rückt, wir waren sehr beeinträchtigt, als die Straße neu gebaut wurde, was vergleichsweise ein sehr geringes, vom Aufwand ein kleines Projekt ist. Jetzt wird es natürlich alles ein bisschen größer und wir können uns nicht erlauben, unseren Betrieb lange zu schließen und wir müssen natürlich auch erreichbar sein. Eine ordentliche Ausschilderung, Parkflächen und eben, wie gesagt, den Betrieb so lange wie möglich aufrechterhalten. Das wären unsere Gedanken und Wünsche. Vielen Dank. Vielen Dank. Das deckt sich auch mit der zweiten Frage bei Slido, wo ist bei der derzeitigen Präsentation die historische Fereller Fischkaststätte geblieben, die ist ja derzeit kaum noch zu erreichen, hat 13 Likes, zweitgeleikte Frage. Wer kann dazu etwas sagen? Zu dieser Frage der Fischkaststätte. Herr Höher, wenn Sie auch aufstehen, Sie haben ein Mikro und Sie haben ein Mikro. Ja, klar, in den Zeichnungen ist das in dem Maßstab erst noch mal nicht drin. Wir haben jetzt bis dato auch nicht alles rund um diese Fischkaststätte entworfen, aber ich gehe davon aus, es gibt diese denkmalgeschützten Hallen und da habe ich ja auch vorhin schon gesehen, warum man das nicht wegnimmt, war ja so eine dieser Fragen und man endlich die Chance hätte, so richtig neu was zu machen. Unsere Grundhaltung ist ja alles das, was interessant ist und da ist, irgendwie weiterzudenken und insofern hat diese Fischkaststätte ja schon ist ja ein Teil des Charakters dieser Fläche, insofern werden wir uns überlegen müssen, wo bringen wir die unter, möglicherweise ist das Baustein in diesen denkmalgeschützten Hallen, vielleicht gibt es auch noch eine ganz andere Idee, also wir haben sie nicht vergessen, wir haben sie nicht weggeplant, es ist jetzt sozusagen in einem sehr frühen Stadium und es wird eine Fragestellung sein, ein Baustein, wo kann diese diese Einrichtung, diese mit Kultstatus, wenn ich das so salopp sagen will, wo kann die untergebracht werden, das muss uns weiter beschäftigen, aber wir haben jetzt in dem Maßstab bislang ehrlicherweise auch noch nicht sozusagen weitergedacht. Vielen Dank. Und vielleicht noch mal eine ganz kurze Anmerkung zu Ihrer Sorge, die Sie ja formuliert haben, jetzt fangen die wirklich an zu planen und jetzt übertreiben Sie es sofort, so war ja ein bisschen der Tenor. Also ich glaube, vielleicht ist das ein bisschen missverständlich, wir versuchen ja erstmal diese sehr fragmentierten Räume, die sozusagen aus der Hubschrauber Perspektive schon einen zusammenhängenden Grünraum entstehen lassen, da kommen Sie in Teilen gar nicht hin, also wo gibt es überhaupt eine Möglichkeit, eine Verbindung hinzubekommen, wie das ausgestaltet ist, wie wir diese ganzen historischen Spuren da einbauen, das ist der nächste Schritt und wir haben beileibe nicht vor, das zu ganz geschleckten, ja, wohlgestalteten Räumen, ich glaube, die Qualität ist wirklich, dass das etwas ungewöhnliche Lagen auch bleiben sollen, für laute Nutzungen, ja, da Platz sein soll und das ist, glaube ich, wirklich die Grundhaltung, die uns da bislang getrieben hat, also die Sorge, ich kann die verstehen, aber es war bislang überhaupt nicht unsere Absicht. Vielen Dank, ich nehme mal ein Statement eigentlich auch mit dazu, das Sie hier bei Slado sehen, es sollte eine bessere Fahrradinfrastruktur über die Elbbrücken geschaffen werden, GMP hat hier schon angedeutet, dass eine beidseitige Doppelspur möglich ist, Frau Paszinski, können Sie vielleicht dazu noch ein bisschen was sagen, das Mikro käme von hinten. genau, das ist der derzeitige Stand, dass es untersucht wird, es gibt Beispiele, wo das schon gemacht wurde, wo an bestehende Brückenbauten nochmal Wege angehängt wurden und genau das ist jetzt hier auch die Überlegung, weil wir schon festgestellt haben bei der näheren Betrachtung, dass diese Verbindung eine sehr wichtige ist. Okay, vielen Dank. Noch eine Ergänzung von nein, gut. Gibt es weitere Wortmeldungen hier aus dem Raum? Ja, mehrere. Ach, hier steht schon jemand. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Wenn Sie auch kurz vorstellen, bitte. Und bitte in die Kamera gucken, dann. Okay, ja, hi, ich heiße Maria und ich wohne auf der Vettel und ja, also zum einen wollte ich sagen, ich würde zustimmen der Vertreterin der Grünen, dass es ganz schön ist, wenn es Räume gibt, wo die Leute auch einfach machen können, worauf sie Bock haben und wo ihnen nichts vorgegeben wird, wo einfach die Gemeinde entscheidet, was geschehen soll oder die Gemeinschaft vor Ort und dazu wollte ich nur sagen, dass mir aufgefallen ist, dass die Gemeinschaft vor Ort halt kaum vertreten ist, also dass die Menschen hier im Raum oder in den Räumen total anders aussehen als die Leute auf der Vettel und auch, dass diese Menschen auch in den Gestaltungsentwürfen nicht vorkommen, das ist natürlich bei manchen Sachen einfach standardisiert, aber auch diese Geschäfte, alles, was da an Zukunftsvisionen gedacht wird, hat irgendwie nichts mit dem zu tun, was da im Moment passiert, meiner Meinung nach und mit den Leuten dort. Das ist das eine, wo ich, auch gerade wenn es um Verbindungen gibt, mir gedacht hätte, wie, also, was soll denn da passieren, wie sollen denn diese Räume sozial zusammenkommen, gibt es da irgendeine Integration zwischen dem Norden und der jetzigen Vettel und, weil das sieht ja ein bisschen mehr aus nach HafenCity, was jetzt hinkommt, also wird das irgendwie zusammengebracht oder gibt es dann so eine soziale Grenze zwischen den beiden Orten? Okay, vielen Dank. Wer möchte, wer kann darauf antworten? Herr Professor Blunt-Berntek. Ich will mal versuchen, relativ kurz eine komplexe Antwort zu beantworten. Der eine Punkt ist natürlich der, das kam in einigen Bemerkungen ja auch schon als Kritik, es wird deutlich nicht jeder Ort bebaut oder vorstrukturiert, ästhetisiert. Ich will das mal an einem Beispiel deutlicher machen, was vielleicht nicht ganz klar geworden ist. Es gab mal in der ursprünglichen Diskussion die Überlegung, den Billhafen zu überbauen und tatsächlich auch dort eine Flächen in Anspruchnahme zu generieren, die das Zusammenrücken von Rottenburgs Ort und auf der anderen Seite der HafenCity nach sich gezogen hätte und quasi wie eine Intensivierung der Beziehung quasi eine Brücke ersetzend gewesen wäre. Und das ist hier in den Bildern ganz eindeutig anders. ist hervorgehoben, dass wenn auf dieser Brücke, Herr Rotfuchs hatte sie gezeigt, mit Schwung nach Westen eine Situation entsteht, dass diese Haken Situation, dass diese Situation quasi eines Hakens, die den Billhafen stützt, tatsächlich der einzige Punkt ist, der verändert wird. Und der Gedanke ist der, dass man diesen Spitze erreichen kann, dass sie aber ansonsten unverändert aussieht. Sie haben vielleicht gesehen, die Bilder, die Herr Höhen gezeichnet hat und auf der anderen Seite, die dann von den Planern gezeichnet waren, sind diejenigen, die ein identisches Bild erzeugen. Es ist also nicht die Idee, diesen Freiraum tatsächlich zu besetzen und ihn fundamental zu verändern, sondern er bleibt in seiner Struktur erhalten. Er wird nur besser integriert, wird dadurch auch nutzbar im Alltagsgebrauch und hat nicht ganz so eine insuläre Funktion. Das heißt also aus dieser Sicht glaube ich, dass diese Planung, so wie sie jetzt angelegt ist, in den Grundzügen, auch wenn man sich einen Endzustand vorstellt, in 30 Jahren, sehr viele Freiräume behalten wird, ohne die tatsächlich heute bereits sozusagen eine übermäßige Vordefinition erfolgt. Und es gab ja einige Fragestellungen zur sozialen Infrastruktur, wenn ich das nochmal aufgreifen darf, auch die Frage, die hier gestellt wurde. Wir sind auf einer Planungsebene, wo wir noch gar keine Nutzung für bestimmte Gebäude tatsächlich planen. Die Planer haben deutlich gemacht, dass sie sich sehr unterschiedliche Planungen vorstellen. Wenn wir uns also dem Thema Kultur nähern, dann bedeutet das, dass wir heute beispielsweise für Rotenburgs Ort eine Bauvoranfrage gestellt haben, für die Unterbringung von Musikübungsräumen und zwar an einer Stelle, wo tatsächlich auch dauerhaft sinnvoll möglicherweise gar keine Bebauung entstehen kann. Also an diesen Fragen wird ja inhaltlich gearbeitet, aber die städtebauliche Ebene ist keine Antwort auf diese Frage, sondern sie schafft Möglichkeiten, mit diesen Fragen in Zukunft anders umzugehen. Einerseits die Freiräume in Gebäuden zu schaffen, um das mal deutlich zu sagen, das PEM-Theater wird auf der einen Seite natürlich sozusagen durch die Planung beeinträchtigt, auf der anderen Seite gibt es eine Zusage gegenüber dem PEM-Theater, dass sie in unmittelbarer Nähe in einem der Gebäude so untergebracht werden können, dass sie dauerhaft diese Flächen auch kostenfrei nur gegen Entgelt in Bezug auf die Betriebskosten nutzen können. Das heißt also, dass das, was mit dem Umsetzen verbunden ist, ist nicht eine Verdrängung, sondern es ist tatsächlich eine Standortsicherung, die damit verbunden ist. diese Prozesse laufen dann aber nicht auf der Ebene sozusagen der Stadtplanung ab, sondern eben auf der Ebene zum Beispiel unserer Gesellschaft, wo wir Zusagen geben können, wenn ein großes Haus gebaut wird, dann kann auch 50 oder 100 Meter entfernt das PEM-Theater einen neuen Platz finden. Deswegen ist die Frage der sozialen Infrastruktur oder der kulturellen Möglichkeiten eine, die nicht durch die Perspektive des Verdrängens geprägt ist, sondern des Erschaffens von neuen Möglichkeiten. Auch preiswerter, günstiger tatsächlich am neuen Standort zu sein, das neu gebaut ist, bedeutet nicht, dass damit viel höhere Kosten gerade für solche Nutzungen entstehen, sondern es ist gerade die Querfinanzierungsmöglichkeit, die entsteht und das bedeutet natürlich neue Freiräume. Vielleicht nicht im klassischen Sinne der grünen Freiräume, aber andere Freiräume, die durch Bebauung entstehen. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema und Kommentare, wie sie dann beispielsweise für andere Standorte in Rothenburgsort benannt wurden, die kann ich verstehen, aber die waren noch nicht unser Gegenstand in der Planung. Vielen Dank. Ich habe hier vorne auch dazu zwei Wortmeldungen. Einmal Herr Gabrani, einmal Wer macht das Mikro an? Danke. Ich möchte auf den ersten Teil der Frage, die von der Bewohnerin der Vettel gestellt worden ist, noch kurz was sagen. Es ist ja kein neues Problem, es ist ein bekanntes Problem, dass die Menschen, die vor Ort leben, in solchen jetzt in Planung gehenden Räumen, nicht immer in der aktuellen Zusammensetzung, wie sie da sind, wie sie sich bewegen, in diesen Beteiligungsprozessen vorkommen. Das liegt daran, dass diese Beteiligungsprozesse über lange Strecken gehen, dass es unterschiedliche Kulturen gibt, wie man miteinander redet. Da sind wir, glaube ich, mittlerweile in Hamburg relativ gut aufgestellt, einerseits, andererseits glaube ich, dass es, und ich kann jetzt hier keinen Rat geben, das will ich mir nicht herausnehmen, aber ich kann mir vorstellen, dass eine gewisse kreative Professionalisierung in den ja vorhandenen Strukturen hier auf der Vettel durchaus dazu führen würde, dass bestimmte neue Kommunikationsstränge entstehen. Da würde ich also immer niemanden davon abhalten wollen, das auch kreativ weiterzutreiben. Vielen Dank. Herr Marte. Ja, vielleicht auch direkt nochmal zur Vettel, also uns im Bezirk, ob Bezirkspolitik oder Bezirksamt, ist die Vettel natürlich ein wichtiger Stadtraum. Wir haben uns da auch intensiv schon über Jahre mit beschäftigt. Wir stehen da auch im Wort, also nochmal zur Fischgaststätte, da haben wir Standorte ja mit ihrer Mutter diskutiert, auch mit Politik und das, was eben da schon zugesagt wurde, würde ich gerne noch mal verstärken. Das werden wir auch nicht vergessen, dass wir da miteinander darüber gesprochen haben. Der zweite Punkt, wir haben ja eine Defizit- und Potentialanalyse für die gesamte Vettel gemacht. Wir sind jetzt demnächst im neuen Fördergebiet unterwegs, wir haben immer gesagt, der Vetteler Norden ist für uns auch der Standort, wo wir natürlich auch Lösungen entwickeln müssen. Und deswegen, wir haben ja heute zwei Bilder gesehen, einmal den Superblock und einmal die Massenstudie, wo wir eben die Rampen haben und links und rechts haben wir dann diese Zeilengebäude. Ich persönlich habe natürlich da durchaus einen Favoriten, den stelle ich jetzt natürlich hier auch zurück, aber ich will mal sagen, man kann Nutzungskonzepte, das war ja so die Frage, im Grunde für beide Baumassenstudien sich da vorstellen, dass die integrierbar sind. Und wir reden noch nicht über Architektur, also wie raff es ist oder wie geleckt, was Sie vorhin meinten, oder die Dame da und ob das jetzt, sage ich mal ein Stück, die Bevölkerung erreicht oder nicht, aber ich glaube, der Anspruch bei uns allen ist im Raum, dass wir hier wirklich Antworten für die Orte finden kommen. Wir haben hier zumindest ein Statement, würde ich sagen, weniger eine Frage, aber vielleicht kann es ja trotzdem kommentiert werden. Warum spielt das Thema Verkehrswende überhaupt keine Rolle? Hat er eigentlich Hoffnung gehabt, dass sich der Autoverkehr dauerhaft verringert? Schade. Ich lasse das jetzt einmal so stehen und dann gibt es aber eine konkrete Frage zu den Zollhallen. Warum fehlt der Stadt der Mut, den unsinnigen Denkmalschutz der Zollhallen aufzuheben, der an dieser Stelle sagen? Herr Höhing, bitte schön. Ich finde es hier in Hamburg mutig, mal was stehen zu lassen. Und das sind jetzt an der Stelle mal die Zollhallen und manchmal ist das ganz gut, wenn man sich an solch sperrigen Riegeln mal abarbeiten muss. Das macht es ein bisschen schwieriger, darum einen sinnvolligen Baublock oder zwei Zeilen oder was uns da noch einfallen wird, herzustellen. Aber das steht nun mal da, das ist sozusagen auch ein Stückchen Geschichte dieses Ortes. Der Denkmalschutz hat das für wichtig gefunden und jetzt müssen wir uns damit auseinandersetzen und vielleicht entsteht genau dadurch was sehr viel spezifischer ist, als wenn wir einfach alles abräumen und jetzt mal ein weißes Blatt entstehen lassen und dann anfangen was klures zu machen. Also ich habe natürlich auch den Eindruck und ich glaube, das deckt sich mit dem von Herrn Marthe, dass das vielleicht noch nicht alles der weiß hat letzter Schluss ist. Ich hatte vorhin ganz zu Anfang gesagt, das hat noch ein bisschen was Holzschnittartiges, weit davon entfernt, irgendwie passgenaue Bausteine zu sein, aber ich finde das ehrlicherweise richtig gut, dass wir uns daran abarbeiten, ein bisschen die Zähne ausbeißen und dann glaube ich auch was ziemlich Spezifisches an diesen Ort hinbringen. Und zur Verkehrswende, ich weiß nicht, wer die Frage gestellt hat, aber ich glaube, wir haben jetzt ziemlich ausführlich über dieses Thema der Verbindungen, der Fußgängerbeziehungen, der neuen Brücken und 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 gesprochen. Also ich sehe jetzt nicht, dass wir das aus den Augen verloren hätten und andererseits werbe ich auch für ein Stückchen Ehrlichkeit zu sagen, uns ist jetzt ganz egal, wie die LKWs in den Hafen fahren, ob die da noch hinfinden oder nicht, das fände ich auch nicht so richtig gut. Ich fände es auch hier vermessen zu sagen, dieses Einfallstor in die Stadt, wo wir über 100.000 Fahrbeziehungen haben, das reduzieren wir mal auf die Hälfte, das ist total unrealistisch und was ich eher den Eindruck habe, dass wir das doch bei aller Vorläufigkeit und Unfertigkeit dieser Dinge, die jetzt auf dem Tisch liegen, durch geschicktes hinzufügen, vielleicht auch in Teilen ungewöhnlich damit auch ganz gut leben können. Nicht, dass wir jetzt den Verkehr glorifizieren wollen, aber das ist jetzt kein Ort, wo wir das alles nur ausblenden, uns die Welt schönreden und dann anfangen, tolle Pläne zu machen, sondern es ist das Umgehen mit diesen sperrigen Infrastrukturen, die an der Stelle auch dauerhaft da sein werden. Ich glaube, das gehört zur Ehrlichkeit auch dazu. Okay, damit haben Sie auch schon die zweite Frage hier so ein bisschen mit beantwortet, warum so zögerlich mit den Verkehrsflächen, hier wird nochmal der Bilhorner Röhrendamm angesprochen. Es war hier im Raum eine Wortmeldung in der dritten Reihe, die würde ich gerne jetzt mitnehmen, wenn Sie kurz aufstehen mögen und Sie können ja gerne hier aufs Kreuz. Mein Name ist Klaus Lübkel, ich war lange Bezirksabgeordneter hier für die Vettel zuständig und SPD-Ortsvereinsvorsitzender bin ich immer noch sehr aktiv und ich habe ein paar Fragen. Wo sind die dringend benötigten Nutzungen geblieben, die wir für den Vettel am Norden haben wollen? Wir hatten eigentlich mal ziemlich gute Pläne für das Quartier und dann fing man an von außen heraus oder beziehungsweise von oben herab sich damit auseinanderzusetzen. Das erste war der Denkmalschutz, der dann für die Hallen gelassen worden ist und ich höre, das ist mutig, mal was stehen zu lassen. Ich habe da das Gefühl, man hat ein schlechtes Gewissen, weil man die Cityhöfe abgerissen hat und das ist genau das, ich habe das Gefühl, man hat da ein schlechtes Gewissen und genau deswegen muss man jetzt mal sagen, man muss was stehen lassen und das heißt, das wären dann die Zollhallen und das finde ich nicht logisch, das ist genau mein Eindruck. Wo ist die Fischkaststätte geblieben? Was ist das für ein Marktplatz? Also es gibt einen Marktplatz auf der Vettel. Wir haben in der Vergangenheit einen sehr lebendigen Markt gehabt, den gibt es schon lange nicht mehr, weil die Markthändler nicht da sind und die Markthändler sind nicht da, weil da die Leute nicht so viel mehr eingekauft haben, wie sie vorher eingekauft haben, also wie soll das funktionieren, dass wir jetzt wieder einen Marktplatz machen, wie soll das funktionieren? Ist es jetzt plötzlich der Herzenswunsch der Vettelerinnen und Vetteler an die Elbe zu kommen? Ich hatte bisher immer den Eindruck, es war mir der Herzenswunsch der Vettelerinnen und Vetteler mehr Versorgung zu haben, Platz für ein Ärztehaus zu haben, Platz für religiöse Räume zu haben, Platz für ein Vollsortiment zu haben, Platz für eine Drogerie zu haben. Diese Sachen sind alle abgeräumt worden hier. Was uns präsentiert worden ist, ist ein ist das wirklich alles, was als Ergebnis dabei rausgekommen ist, dass wir ein Testplanverfahren Elbrücken, wo wir wirklich viel Geld für ausgegeben haben, viel Steuergeld für ausgegeben haben und dann ist am Ende das Ergebnis dieses, das will mir nicht so richtig in den Kopf, ich halte es ehrlich gesagt für eine relativ große Verschwendung, was hier passiert ist und was ich mir wünsche ist, das muss ich mir deutlich sagen, dass dieses Gebiet zurückgegeben wird in die Verantwortung des Bezirks Hamburg-Mitte, Fachamt, Stadt- und Landschaftsplanung und dass das dann federführend das beplanen, weil das sind Leute, die schon lange mit uns kommunizieren und sehr viel Erfahrung haben, auch mit Stadtplanung und nicht immer alles in die Grütze fahren, sondern das meistens sehr gut hinkriegen und auch eine gute Erfahrung haben mit Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Und das, was hier vorgestellt worden ist, ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was mir an Wünschen von Bürgerinnen und Bürgern bekannt ist. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Herr Hühing. dazu. Okay, also diese Sicht äußern Sie ja schon eigentlich von Anfang an, egal was wir da auch zeigen und das, was Sie einfordern, nämlich diese Flächen für diese Versorgung, die sind da alle drin. Wir haben jetzt heute nicht über Zahlen gesprochen, weil das auch müßig ist, aber in diesen bebaulichen Strukturen, da sind, ich glaube im Moment liegen wir bei 30.000 Quadratmeter möglicher Fläche, da sind all diese Themen, die Sie auflisten und ja immer wieder auflisten, die finden da alle Platz und noch sehr viel andere Dinge mehr. Herr Bruns-Berenteck hatte das ja sehr vorhin erläutert, in diesem Maßstab sind wir im Moment noch gar nicht angekommen und ich finde es ehrlicherweise schon auch ziemlich, ich will nicht sagen zynisch, aber schon auch eine steile These zu sagen, die Fädler wollen gar nicht an die Elbe. Wir können das so abgeschlossen lassen, wie das heute ist, das ist eine ziemlich raue Welt da, die keinerlei Aufenthaltsqualität hat und ich finde es ist schon auch unser Job zu überlegen, wie man diesen Stadtteil, der da extrem isoliert zwischen diesen Infrastrukturen ist, an das Wasser ranbringt, mit einem überschaubaren Aufwand und da gibt es glaube ich erstmal sinnvolle Wegebeziehungen, die muss man jetzt weiterentwickeln. Also insofern bin ich hier und da auch ein bisschen erschrocken muss ich sagen, dass sie das immer wiederholen und scheinbar auch nicht so richtig bereit sind, sich auf diese Dinge mal einzulassen. Okay, vielen Dank. Ich gucke hier nochmal auf Slido. Hier ist eine ganz konkrete Frage, wie sollen die städtischen Flächen vergeben werden, Erdbaurecht oder Verkauf? Gibt es da eine klare Vorgabe, Herr Professor Bruns-Berncheck vielleicht dazu oder ist das noch gar nicht in der Diskussion? Der schüttelnde Kopf ist nicht in der Diskussion, also wird erst später mit Sicherheit entschieden. Herr Hühingen kriegt einen Daumen nach oben. Wann wird die Stadt beziehungsweise die Planerin auf die konkret von den Umbaumaßnahmen Betroffenen zugehen, um individuelle Perspektiven zu erörtern? Gibt es da einen konkreten Verfahrensschritt? Zeitplan, Herr Professor? Ich kann es ja versuchen nochmal darzustellen, ich hatte das ja einleitend gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt sind das Grundüberlegungen, die übersetzt werden in ein Planbild, das dann nochmal vom Senat fixiert wird. Was hinter dieser abstrakten Überlegung steht, ist natürlich die Tatsache, dass zunächst einmal vor dem Hintergrund der politischen Entscheidung, die notwendig ist, dann die nächsten Schritte formuliert werden. Das heißt, individuelle Lösungen können wir zum bestimmten Zeitpunkt gar nicht aufrufen, wenn wir noch gar nicht wissen, ob es eine zeitpunktbezogene oder eine realistische Umsetzungsmöglichkeit gibt. Für Orte, zum Beispiel wie das PEM-Theater, hatte ich das erläutert, da ist es offensichtlich, dass man die Erschließung, wenn man die Autobahnohren wegnimmt, nicht so verändern kann, wenn man das Gebiet erschließen will, dass das PEM-Theater nicht betroffen wird. Das heißt, wir gucken uns schon frühzeitig die Orte an, wer ist tatsächlich betroffen, welche Lösungen kann man finden, wir führen auch einzelne Gespräche, aber es ist zum jetzigen Zeitpunkt noch gar keine angemessene zeitliche oder rechtliche Möglichkeit, da eine Umsetzungsperspektive zu haben. Diejenigen, die fairerweise betroffen sein können, die wollen von uns auch eine Antwort haben, sind wir überhaupt betroffen? Wir wissen es zum Teil noch gar nicht. Diejenigen, die betroffen sein könnten, wollen natürlich auch eine Antwort haben, wann sind sie betroffen? Auch diese Frage können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten. Aber umgekehrt wissen wir, dass wir im nächsten Jahr, beispielsweise in der zweiten Jahreshälfte, eine viel größere Sicherheit haben und dann kann man auch mit Beteiligten darüber sprechen, mit Betroffenen, wenn sie denn tatsächlich betroffen sein werden, wie tatsächlich auch eine neue Situation bewältigt werden kann. Wenn dann auch in Aussicht steht, und das ist vor einem Bebauungsplanverfahren, dass eine Überlegung vertieft diskutiert wird. Also wir sind zum jetzigen Zeitpunkt für viele der Fragestellungen nicht tatsächlich in der Lage, diese Frage angemessen zu beantworten. Ich will noch mal einen anderen Punkt erwähnen, weil jetzt die Frage so häufig auftauchte, dass die Planung ohne die Vetteler oder Rotenburgs Orta gemacht. Die Beteiligten haben hier deutlich gesagt, ja, wir wollen soziale Infrastruktur. Herr Lübcke hat gesagt, wir wollen Versorgungsinfrastruktur. Man muss sich die Frage stellen, warum ist die nicht da? Hätte denn die Stadt einen Laden bauen sollen und betreiben sollen? Das heißt, wir haben hier Zusammenhänge, die auch genutzt werden müssen. Das heißt, mit der größeren Zahl von Wohnungen entsteht auch eine Nachfragemöglichkeit sodass man einen frischen Markt, dass man einen Drogeriemarkt schafft. Es ist nicht so, weil die Vettel vergessen wurde, weil es dort eine Straße gibt, ist dort kein frischer Markt, sondern er ist deswegen nicht da, weil die Kaufkraft nicht ausreicht, um einen frischen Markt zu betreiben. Wir haben mit der Diskussion um den Grasbrook immer gesagt, wir denken mal Grasbrook und die Vettel zusammen. Und die entscheidende Frage ist nicht, wer jetzt die Planung macht, sondern dass tatsächlich mehr Nachfrage in den Bereich der Vettel hineinkommt, um dann tatsächlich solche Infrastrukturen zu entwickeln. Und dort, wo sich nicht mal ein Arzt oder zwei gehalten haben, da macht es wenig Sinn, über ein Ärztehaus zu sprechen, aber es macht Sinn, wie kriegt man den ersten, den zweiten und den dritten Arzt belastbar hin und dann an die richtigen Stellen. Das heißt, diese Fragen müssen auch im Sinne einer Entwicklung, die hier angestoßen ist, mit der Frage der Zahl der Arbeitsplätze und der Zahl der Wohnungen entwickelt wird. Und das gilt auch für das Schulthema in Rotenburgsort. Der Schulsenator Rabe hat gesagt, ja, ich kann das gar nicht beurteilen, es gibt nicht genügend Schüler für eine eigenständige weiterführende Schule. Das bedeutet aber nicht, dass die soziale Infrastruktur in Rotenburgsort vernachlässigt wird. Es gibt eine bindende Zusage des Senates zu sagen, die Rotenburgsorter Schüler kriegen eine Beschulungsmöglichkeit, wenn ich das so sagen darf, in der Hafencity und deswegen ist die Planung für diese Schule ausdrücklich vergrößert worden. Es kommen zwei zusätzliche parallele Züge in diesen Schulstandort, aber eine weiterführende Schule mit zwei Zügen selber ist nicht darstellbar. Aber das andere ist natürlich, dass damit die Strukturen mitgedacht werden und die können sie, und das will ich nochmal deutlich machen, nicht in den Plänen erkennen, sondern wir denken diese sozialen Zusammenhänge mit in der Verknüpfung dieser jeweiligen Stadtteile und die sollen sich gegenseitig stützen und das ist wichtig, dass sie die nicht isoliert sehen, dass der eine Stadtteil sich für sich selbst entwickeln muss. Diese Haltung müssen wir aufbrechen und die Stadtteile müssen sich nicht nur verbinden, sondern sich auch selber miteinander so verbinden, dass ihre sozialen und kulturellen Qualitäten sich weiterentwickeln können. Und das ist die Perspektive, die hinter dieser Planung steht und das ist, glaube ich, wichtig, das Vielen Dank. Wir haben hier einen Aufreger an Platz 1. Ich glaube, hier haben ein paar Menschen Angst. Wie sollen wir und andere Startups an unsere Flächen gelangen, wenn die Reginenstraße wegfallen soll? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Startups völlig von der Außenwelt abgeschnitten werden sollen, zumindest verkehrlich. Herr Marte, können Sie dazu was sagen? Haben Sie das im Blick zufällig? Wissen Sie, worum es geht? Zur Reginenstraße wollen Sie von mir eine Antwort haben? Da kann ich im Moment nichts zu sagen. Gibt es jemanden anderes, der dazu was sagen kann? Wir werden jetzt nicht irgendwelche Straßen abhängen, damit Menschen nicht mehr zu ihren Arbeitsplätzen kommen können. Das wäre absurd. Vielleicht ist das aber im Moment auch ein Maßstab. Herr Marte? Ich kann höchstens an, dass es so einen gewissen Zusammenhang gibt. Wir sind in dem neuen Quartier, das wir jetzt entwickeln, zwischen Magmannstraße und Billhorner Kanalstraße dran. Da gibt es natürlich bestimmte Betriebe, die da temporär untergebracht sind. Richtig ist, dass dort neuer Wohnungsbau entsteht, wo heute Gewerbe ist. Gleichzeitig sichern wir aber innerhalb dieses neuen Quartiers Gewerbestandorte. Wir kommen am Ende zu 1.109 Wohnungen dort. Übrigens in den Wohnprodukten von Familienwohnen über kleine Wohnungen, über öffentlich geförderte Genossenschaftswohnungen. Auch die Saga wird dort realisieren, bis hin zu entsprechend anderen Wohnformen. Und das, was Herr Brunz-Berntek eben ansprach, die Nahversorgung in Rothenburgs Ort, ich glaube, das ist sehr plastisch dort auch für uns nachvollziehbar. Wir kriegen durch die vielen neuen Haushalte auch die Möglichkeit, die Nahversorger. Es geht ja nicht nur darum, dass neue dazukommen, sondern wie sind sie heute im Bestand aufgestellt? Also welche Verkaufsfläche haben sie? Wie ist dort das Ganze organisiert? Ist das auch für die Rothenburgs Ordersch schön, da einkaufen zu gehen? Oder muss da nicht noch ein bisschen was anderes passieren? Ich glaube, an der Stelle sind wir ganz gut dort unterwegs. Und deswegen würde ich noch mal kurz zu der Vettel vielleicht den Hinweis und ich glaube, so ein bisschen. Man muss das mal etwas differenzierter hier noch aufgreifen. Ich glaube, die Sorge war ein bisschen aus dem Beirat Vettel, ich sage das jetzt mal überzeichnet, dass so die Nahversorgungsstärke nur auf dem Grasbrug liegt und nicht mehr auf der Vettel. Und ich glaube, das ist uns allen hier beteiligt bewusst, dass das natürlich nicht passieren darf. Und wir brauchen auch Orte, wo die Grasbrugger zur Vettel rüberkommen und umgekehrt. Und ich glaube, diese Botschaft, die haben wir hier verstanden und die nehmen wir auch mit. Okay, vielen Dank. Bevor wir gleich noch zum Großmarkt und zum Elbtom kommen, haben wir hier vorne eine Wortmeldung schon längere Zeit. Mit Ange? Ja. Sie müssen entweder nach hinten gucken oder in die Kamera. Wir haben da die zwei Kameras, also eine davon. Dann schaue ich lieber nach vorne, ist irgendwie angenehmer, als den Rücken zu euch zu drehen. Mein Name ist Lisa Marie Zander, PoliV und wohne in Rotenburgs Ort. Und meine Frage ist eigentlich, beziehungsweise eine lange, hitzige Diskussion, ich versuche es kurz zu machen, am Billhander, Billhorner Brückenstraße wohnen derzeit ja auch viele Menschen, also viele vielleicht nicht, aber es wohnen dort Menschen. Da sind ja jetzt neue Wohngebäude und Straßen verlegt worden und in Rotenburgs Ort haben wir einfach die Situation, dass beispielsweise am Haken riesige Gelände gekauft werden von Immobilien, Konsortien nach und nach verkauft werden, auch an der Markmannstraße hatten wir die Situation, dass sozusagen dadurch die Grundstückspreise natürlich sehr in die Höhe gehen und auch die Wohnungspreise und die Mietpreise im Nachhinein und da möchte ich eigentlich anregen und meine Frage ist auch, wie werden die Grundstücke im Bereich der Billhorner Brückenstraße so entwickelt, dass das eben nicht auch dort passiert und genau, dass dort, wie Herr Marte schon gesagt hat, eben in der Markmannstraße jetzt sehr viele neue Wohnungen entstehen, weist eigentlich darauf hin, wo wir ja auch im Dialog mit Ihnen allen sind, dass wir einfach neue Stadtteilräume brauchen in Rotenburgs Ort, die weggefallen sind, was Helga auch schon gesagt hatte und da möchte ich einfach noch mal betonen, dass die bitte vorrangig auch Platz finden in der Entwicklung, auch in der Phasenweise über Jahrzehnte hinweg, die sind wirklich sehr, werden sehr dringend gebraucht. Danke. Vielen Dank. Wer kann dazu was sagen? Herr Marte? Ich glaube, die Hinweise, die sind jetzt alle gerichtet in dem vor uns liegenden weiteren Planungsprozessverlauf müssen wir natürlich genau auch schauen, wie kriegen wir das immer den Standort, die Fläche genau betrachtet ein Stück mit übersetzt und Herr Bruns-Bernteck hat es ja vorhin gesagt, natürlich ist auch immer bei diesen Baufeldentwicklungen es wichtig, wer da investiert, dass er zu diesen Kalkulationen am Ende kommt, dass man das eine unterstützen kann, also zahlke günstige, in dem Fall habe ich das ja so rausgehört, auch Flächen für unterschiedlichste Nutzungen und umgekehrt, aber auch die Flächenentwicklungen möglich sind, über die dann das Geld verdient wird und ich glaube, das haben wir verstanden und das mit dem Wohnen nochmal an der Bielhörner Brückenstraße, ich will es jetzt nicht wiederholen, wenn es heute dort Wohnen gibt, ja, wir hatten andere Genehmigungslagen, unsere Befunde sind aufgrund der extrem hohen Fahrzeugdichte, der Emissionssituation, Schalllärm, aber auch andere belastende Stoffe, wir werden in der ersten Reihe kein Wohnen hinkriegen, das kann nur in den geschützten rückwärtigen Lagen passieren, also ich glaube, das muss man so fairerweise sagen, aber da, wo sie dann möglich sind, soweit es stetige Flächen sind, gibt es ja eine Vorgabe, wie wir die künftig in die Vermarktung geben, das ist klar, glaube ich, mit dem Erbbaurecht, ja, aber Frau Stapelfeld, da will ich jetzt wirklich da nicht vorgehen, sondern das ist ja am Ende eine Sache, wie es jetzt hier die Senatsebene dazu entscheidet, aber das ist unser Stand im Bezirk. Vielen Dank, bevor wir gleich darüber reden, wie es weitergeht, weil wir uns langsam der 19. Uhr, Sie kommen gleich dran, würde ich zu die drei Punkte, die auch relativ intensiv geliked worden sind, nämlich die Zukunft des Großmarktes, kommt der Elbdurm oder nicht und was passiert mit dem Brandweilmonopol, vielleicht, Herr Höhen, können Sie dazu etwas sagen und dann auch verbinden mit der Frage, wie geht es denn insgesamt den Planungsprozess weiter? Ich will ganz gern zu diesen drei Punkten noch ganz kurz was sagen. Der Großmarkt taucht in all diesen Plänen auf, weil wir das richtig finden, dass es an der Stelle den Großmarkt gibt. Das ist eine große Infrastruktur und es deckt sich mit unserer Haltung, dass wir mit diesen Infrastrukturen umgehen können. Wir kennen viele andere Städte, die ihren Großmarkt aus zentralen Lagen weggenommen haben, irgendwo anders hingebracht haben und das hat die Sache nicht verbessert. In einem der Pläne unserer Kollegin aus der Schweiz sehen Sie so einen ganz zarten, kleinen, grünen Rand an diesem Großmarkt. Das hat jetzt innerhalb auch unserer großen Behördenlandschaft zu so auch ein bisschen Aufregung schon geführt, was ja manchmal ganz gut ist, wenn es ein bisschen aufregend wird. Also klar wäre es schön, wenn man langfristig diese westliche Kante dieses neuen Billeparkes nochmal irgendwie auch öffentlich machen könnte, so weit sind wir noch nicht, aber erstmal gehen wir davon aus, dass dieser Großmarkt dauerhaft an diesem Standort verbleibt. Das zweite, ja, der Elbdom, den ich ja noch vorhin ganz zu Anfang mal so als eine erste Planungsidee gezeigt habe, das war ja auch ein Stück weit eine Fragestellung in diesem damaligen Testplanungsverfahren, wo kann der da untergebracht werden? Sie haben ihn, glaube ich, nicht mehr gesehen, weil wir nach langem Überlegung zu dem Schluss gekommen sind, wir werden keine Wasserflächen an der Stelle zukippen, weil wir die ziemlich gut finden, so wie sie sind und wir diskutieren diesen Elbdom zwar weiterhin, weil es in dieser Stadt nach wie vor diesen Bedarf dazu gibt, aber nicht an diesem Standort. Und zu diesem Brandweinmonopol will ich heute ein bisschen diplomatisch doch bleiben, das bin ich an manchen anderen Stellen ja auch schon gewesen und habe immer gesagt, wir sind da zuversichtlich, dass wir an diesem Standort die Belange des Stadtteils, den Sie ja nochmal sehr deutlich artikuliert haben, sozusagen auch mit Vorstellungen von Grundstückseigentümern da ganz gut zusammenbringen können an dieser Stelle. Sie wissen, diese schöne alte Halle, die steht unter Denkmalschutz und wir sind da in, glaube ich, ganz guten Gesprächen und hoffen, dass wir da an der Stelle auch für den Stadtteil eine interessante Lösung finden. Also so viel vielleicht zu diesen drei Punkten. Können Sie noch sagen, wie es jetzt weitergeht, die nächsten Punkte? Ja, Herr Brunsberg hat ja vorhin schon eine Folie aufgemacht. Wir haben ja sozusagen den Optimismus, dass wir bis Ende des Jahres das jetzt sehr weit vorangetrieben haben. Vielleicht zieht sich das auch nochmal irgendwie in den Januar hinein, weil Ende des Jahres ist gar nicht mehr so weit hin. Sie haben gesehen, dass es an vielen Stellen unfertig noch ist. Ja, und dann wollen wir sozusagen das auch in eine nächste Phase bringen, klar mit Ihnen nochmal Gespräche führen, Ihnen das nochmal zeigen und dann braucht es da auch Bebauungsplan-Themen, die wir da angehen. Erst vielleicht auch ganz konkrete kleine Projekte, die man da angeht. Also es soll beileibe keine Planung sein, die irgendwann in 20 Jahren mal anfängt, sondern wir wollen jetzt wirklich ganz schrittweise an den unterschiedlichen Orten konkret werden. Und dazu braucht es aber formalisierte Verfahren. Ob das immer das Planungsrecht ist, da hingestellt, aber ohne den wird es sicherlich nicht gehen, Herr Marte. Okay, vielen Dank. Ich bedanke mich bei allen, die heute hier waren. Ich bedanke mich für Ihre Disziplin. Wenn Sie die jetzt auch weiten lassen, wenn Sie rausgehen, sprich die Maske aufsetzen, eineinhalb Meter Abstand, dann kommen wir vielleicht gesund Ende des Jahres wieder in so einem Format auch zusammen. Schön, dass Sie hier waren, noch ein schönes Wochenende, kommen Sie gut nach Hause. Danke. Vielen Dank. Applaus